Liebe Piraten, ich wieder öffne den Parteitag und setze ihn damit fort. Ja, schön, dass Sie es auch wieder hergeschafft haben. Wir beginnen direkt. Jetzt stehst du richtig. Und zwar mit der Wahl zum Generalsekretär. Und hierzu darf ich das Wort übergeben an den Wahlleiter. Morgen, liebe Versammlung. Der Wahlleiter hat aber erst mal nur ein kurzes Intermezzo. Und zwar, der Wahlleiter kann das ja nicht alleine machen, der braucht Wahlhelfer. Da heute einige der Wahlhelfer, die gestern da waren, nicht mehr da sind, müssen wir uns erst mal einen kurzen Überblick verschaffen. Wer gestern Wahlhelfer war und heute wieder Wahlhelfer oder Wahlhelferin sein möchte, möge bitte einmal zu Leo und zu mir vorne am Pult kommen, damit wir durchzählen können. Wer natürlich heute auch neu dazu gekommen ist und Wahlhelfer sein möchte, der kann natürlich auch gerne kommen. Neue Gäste sind immer gerne gesehen. Wir rechnen heute, ich sage erst mal mit drei Wahlurnen aufgrund der, ja, noch nicht so groß, ja, ihr wisst schon, weil wir noch nicht so viele sind, weil noch einige am Schlafen sind. Das heißt, drei Wahlurnen brauchen acht Wahlhelfer. Ich zähle mal gerade durch. Eins, zwei, drei. Wir könnten noch ein bis zwei Wahlhelfer gebrauchen. Und dann können wir auch von mir aus die GENSEC-Wahl starten. Fürs Protokoll, die Liste, die Liste des GENSEC sowie alle anderen Listen, die Vorstandsämter, die noch gewählt werden, sind noch offen. Und dann können wir auch von der GENSEC-Wahl starten. Und dann können wir auch von der GENSEC-Wahl starten. Und deswegen ist es wichtig, dass Petra die Hauptaufgabe übernimmt. Und ich glaube, dass ich, es ist schön, dass es schon am Mikro steht. Ich habe sicherlich meine Fehler und ich bin auch nicht jedem recht. Aber ich bin einer, der kontinuierlich arbeitet, der nicht immer glückliche Entscheidungen trifft. Das mag auch sein. Aber ich bin auch einer, der seit 2011 in der Piratenpartei ist und immer noch für die Piratenpartei steht. Der auch nächstes Jahr, wie gesagt, seinen Mitgliedsbeitrag bezahlen wird. Ja, es ist ein Angebot von mir und euch. Ich würde das gerne machen. Ich habe mit dem einen oder anderen Probleme und kann aber trotzdem mit ihm zusammenarbeiten, weil ich sage, die Piraten sind wichtiger als irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten. Beste Beispiel, ich habe gestern einen, mit dem ich mich schon richtig gepieft habe, für einen Schatzmeister vorgeschlagen. Er ist gewählt worden und da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich einfach glaube, dass ein zweiter Schatzmeister für die Piratenpartei wichtig ist. Und es geht hier immer wieder um die Piratenpartei und nicht um einzelne Personen. Und da bin ich gerne dazu bereit, das zu unterstützen. Und ja, jetzt freue ich mich auf Fragen. Und da haben wir auch schon einen. In einem vor dem Bundesschiedsgericht geführten Verfahren hast du ausdrücklich gesagt, du werdest mal sehen, ob du vorhast, den Beschluss des Bundesschiedsgerichts auch umzusetzen. Gedenkst du in der nächsten Amtszeit, falls du gewählt wirst, die Rechte einzuhalten? Also, gestern ging ja der YouTube-Link wieder rum. Ich habe mir das immer noch nicht angeschaut. Ich meine, was ich da gesagt habe, und das ist tatsächlich, weil der Antrag war ja, dass Lilly wieder auf alles Zugriff bekommt. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Polgelb Zugriff auf irgendwelche Mitgliederverwaltungsprojekte haben muss. Da kann man sich drüber streiten. Das war am Anfang vorhanden. Es wurde sich mehrfach in Sachen eingemischt, ich sage jetzt mal, die sie einfach schricht, hätte ich nicht tun sollen oder nicht machen sollen. Und das war genau der Grund, warum ich gesagt habe, den Zugang wird es nicht wieder geben. Übrigens zu dem ganzen Thema Zugänge. Wenn Lilly ehrlich ist, wird sie sagen, dass sie schon weit vor der Gerichtsverhandlung ihre Zugänge wieder hatte. Also, das war nicht das Thema. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Weil ich sehe nämlich niemanden. Eine kurze Frage, wie ist dein Verhältnis zu den Datenschützern der aktuellen Situation und wie möchtest du das in Zukunft handhaben? Also, auch die Datenschützer sind nicht ohne Grund so gewesen, dass ich das im letzten Vorstand jetzt nicht hauptsächlich betreut habe, sondern das Cebolino gemacht hat. Es ist jedem hier, glaube ich, bewusst, dass mit unserem BDSB so der eine oder andere Klinschler ist und Gerichtsverfahren geführt worden sind. Aber auch da, ich wollte es voriges Jahr in Regensburg schon so sagen, es wird ja immer wieder behauptet, Sebastian hat keinen Zugang zur Mitgliederverwaltung und durfte da nicht reinschauen. Das ist in dem Sinne halt auch nicht richtig. Er hat bereits im letzten Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher BBT das war, hat einen Antrag, hat einem Bundesvorstand einen Schreiben überreicht, dass er Zugriff auf die Mitgliederverwaltung Daten haben möchte. Der wurde von uns eingerichtet, der wurde von Mark Neist sogar noch verlängert. Entschuldigung, wenn Sebastian das nicht hinbekommt in der Zeit, dann tut es mir leid. Weitere Fragen? Ich frage mal das, was ich auch gestern hätte fragen wollen. Ich habe natürlich nicht verstanden, was du gesagt hast. Selbstverständlich weiß ich nicht, worüber du redest. Ich habe auch gestern manche Kandidaten nicht verstanden und wusste nicht, worüber sie reden, weil diese Lautsprecher die Rede, die du inhaltlich sicher sehr wohl formuliert hast, nicht bis dort hinten hin dringt. Ich verstehe nichts. Ist nicht persönlich. Aber ich weiß nicht. Das tut mir jetzt auch leid. Ich habe es gestern schon gesagt, ich bin ein Sachse-Gebürdiger, ich nuschle normal und wahrscheinlich ist es dann umso schwerer, wenn das irgendwie mit der Technik nicht funktioniert. Das hat nichts mit deiner Sächsisch... Da kann ich halt nichts dafür, wenn die Technik nicht funktioniert. Ich bin nicht der Schreier, das sind andere. Ja, dann trotzdem die Frage, wenn keine sind, kann ich keine beantworten. So, ist denn das da hinten zu verstehen? Also erstmal, fangen wir jetzt mal langsam an. Bin ich zu verstehen? Das Lustige ist, mein Mikrofon ist niedriger eingestellt als das andere. So, jetzt kannst du auch nochmal was sagen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Ja, das ist jetzt nicht technisch bedingt. Dann komme ich jetzt nachher gleich bei dir persönlich vorbei und wünsche dir einen guten Morgen. Ja, also das ist technisch nicht zu ändern, sage ich jetzt mal. Ja, also der Schalter ist oben. Gut. Du sollst noch näher ans Mikro gehen. Ja, aber wenn ich nichts mehr zu sagen habe, soll ich das Mikro machen? Also du hättest jetzt noch sozusagen ein Abschlussstatement? Ja, denn ein Abschlussstatement nochmal, ich mache den Scheiß jetzt schon ein paar Jahre, ich würde ihn gerne weitermachen. Wer mich jetzt nicht verstanden hat, kann mich gerne dazu befragen, bevor er seine Stimme abgibt. Ja, das war's. Okay, dann bist du feuers entlassen. Wo ist es? Auch du hast fünf Minuten. Ab jetzt. Danke. So, mein Name ist Boris Sobieski. Der eine oder andere wird mich schon kennen. Ich bin stellvertretender Vorsitzender in Baden-Württemberg, habe im Bund allerdings jahrelang und mache das immer noch in der IT mitgemacht. Ich habe die Verwaltungs-Server mit aufgebaut, kenne die Verwaltung daher und habe mich aus dem Grund, weil Dinge zu tun sind, aufgestellt, kandidiere deswegen. Kenne auch Thomas, kenne auch Petra, kann mir vorstellen, da sehr gut mit den beiden zusammenzuarbeiten in einem Team. Ich kann Datenschutz, ich kenne unsere Datenschutzbeauftragten, unsere im Bund, viele aus den Ländern auch, kenne die Situation, kenne den Beef und denke, dass ich da ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Ja, danke. Ja, schnell. Gibt es Fragen? Ja, morgen Boris, ich danke dir für deine Arbeit, ich danke dir für diese Kandidatur. Die Frage ist, inwieweit ist es wohl gewährleistet, dass die Arbeit, die du bis jetzt schon für die Piratenpartei getan hast, insbesondere halt im Bereich IT, auch weiterhin so durchgeführt werden kann, sodass wir nicht noch größere Probleme in der IT bekommen? Das ist mit ein Grund für die Kandidatur, weil man aus dieser Position heraus, das, was wir jetzt seit einem Jahr angegangen sind, also die IT der Länder zu konsolidieren, über den Bund, mit der IT im Bund, sauberer hinbekommen, im Team, ich kann da nochmal auf das Treffen nächste Woche in Kassel hinweisen, wo wir mit mittlerweile 14 IT-Lern aus den Ländern zusammensitzen, also die Arbeit wird getan, wird auch weiterhin getan, auch von mir, nur mit einem, ja, ich sag mal, mit mehr Verantwortung dafür, dass das auch getan wird, von meiner Seite her. hast du ja kurz gesagt, wo alle wir dich kennen, oder die dich kennen, aber programmatisch, was du gerne machen möchtest, nichts, konntest du dazu nochmal etwas sagen? Ich habe als Genseck andere Aufgaben als Programm, das Programm haben wir uns gegeben, wir haben gestern die Leute gewählt, die das Programm vertreten sollen, wir haben wunderbare Kandidaten für den EU-Wahlkampf, ich sehe meine Aufgabe darin, dass die den Wahlkampf machen können, dass die unser Programm weiterziehen können, dass wir die Möglichkeiten, die Basis, die Infrastruktur haben, damit das auch funktioniert, damit solche Projekte, wie mein Abgeordneter Hetzt, das wir in Baden-Württemberg durchgezogen haben, mit Rheinland-Pfalz, mit anderen, einfach auch funktionieren und auch in Zukunft gemacht werden können. Ja, ich sehe niemanden mehr, der Fragen stellen möchte. Dann hast du dein Abschlussstatement. Ich möchte noch Fragen zum Ablauf, zum Verständnis, noch etwas unklar. Ich sehe, dem ist nicht so. Liebe Wahlhelfer, die Wahl ist eröffnet, fangt bitte an. Ich übergebe mich wieder an die VL. Ja, die hat bei einer Wahlhandlung traditionell relativ wenig zu tun, um nicht zu sagen, gar nichts. Ich sehe, dem ist nicht so. 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 Vielen Dank. 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 Ich bin tiefen entspannt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann beginnen wir mit dem Contra. Ja, es stand mal eine andere Version im Wiki, er wurde repariert, sonst wäre der Antrag, so wie er jetzt dort steht, formell nicht zulässig gewesen. Lieber Herr vom Frontoffice, dann musst du vielleicht mal deinem Versammlungsleitungsteam getrachten. Das ist vor der Versammlung gemacht worden. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns eine kurze Gelegenheit geben, zusammen, dass wir dann auch über den richtigen Text abstimmen und, ja, das heißt, ihr könnt euch jetzt erst nochmal entspannt hinsetzen, wir gucken, dass der richtige Text auf dem Beamer ist, nicht, dass es da zu Verwirrungen kommt und ihr nicht über etwas anderes abstimmt, als dann hinterher abzustimmen ist. Vielen Dank. Also vielleicht ganz kurz, damit jetzt keine Verwirrung aufkommt. Der Antrag wurde in seinem inhaltlichen Gehalt nicht verändert, lediglich was jetzt gestern Morgen noch passiert ist. Was eine Anforderung ist, die wir uns gesetzt haben in unserer Antragsordnung, ist, dass dieser Antrag wirklich jetzt glasklar sagt, an welchen Stellen im Programm die entsprechenden Änderungen einzufügen sind. Weil Anträge, die an Programmen arbeiten, wie auch an Ersatzung beispielsweise, die Anforderung haben, exakt zu sagen, was sie wo ändern. Gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du als erstes in der Reihe standst. Eine Frage, eine Verständnisfrage, gerne am Pro-Mikrofon. Genau. Also es war geschrieben, dass nicht ärztliche Gesundheitsfachberufe gefördert werden sollen. Da stand aber nur zum Beispiel eine lange Liste drin. Da ist meine Frage, ob da eben auch Heilpraktiker und Homöopathie dazu zählen sollen. Nein. Eine weitere Verständnisfrage? Ich sehe keine. Wir beginnen mit dem Kontra-Mikro. Also, dass ich jetzt hier am Kontra-Mikrofon stehe, hat nichts damit zu tun, dass ich die Intention dieses Antrages als solches nicht gut finde. Allerdings zum Modul 1 eine kurze Anmerkung, die dann eher als Kontra gelten soll. Ihr widmet dort den Solidaritätszuschlag um. Jetzt muss man dazu sagen, dass Solidarität als Widmung dieses Zuschlages unglaublich viel gewirkt hat. Das heißt, es ist eine Steuer, die geht in den allgemeinen Haushaltstopf rein und hat bisher schon nicht viel für die Solidarität getan. Wenn ihr es jetzt unwidmet auf die Pflege, ist zu vermuten, dass es auch nicht besonders viel für die Pflege tut. Also, mit anderen Worten, es wäre hier vielleicht zweckmäßig gewesen, über Beiträge oder ähnliche zweckzubindende Geschichten nachzudenken und nicht den Solidaritätszuschlag zu nehmen. Ich verstehe aber die Intention. Technisch habe ich ein Problem damit. Lieber Sandra, ich bin voll bei dir. Ich bitte also die Versammlung auch mit diesen kleinen Bedenken, die jetzt zu Recht geäußert worden ist, anzunehmen. Ich bitte dich aber um eins. Unter den Stichpunkten Berufe, bitte dringend den Sozialdienst mit aufnehmen, denn ohne den funktioniert das ganze Antragswesen wirklich deutlich schlechter. Und der entlastet genau die nichtärztlichen Berufe vom Formularkram. Also, tu ihn dazu. Kontra? Ja, also neben der Finanzierung, die so nicht funktioniert, weil es halt keinen zweckgebundenen Solidaritätszuschlag gibt. Und der Solidaritätszuschlag muss auch weg, weil er einfach als Zusatzsteuer zeitlich begrenzt geplant wird. Und jetzt funktioniert er immer weiter als Steuer und wird als aufrechterhalten. Also, der Solli muss weg. Die Finanzierung ganz unterschiedlicher Aufgaben aus einem Topf in einem Antrag funktionierende. Es sind selbstständige Berufsgruppen drin, es sind angestellte Berufsgruppen drin. Also, eine Arzthelferin kann man über einen, für die ist ein Mindestlohn wichtig, dass die hochkommt. Die profitiert überhaupt nicht aus dem Gesundheitswesen. Also, es sind unterschiedliche Berufsgruppen in einem Antrag gemischt. Das funktioniert nicht. Und ein Fonds, der in irgendeiner Form eine Vorsorge trifft auf die Zukunft, ist auch eine sinnvolle Idee finanztechnisch, dass man nicht alles Geld sofort ausgibt. Also, die Umwidmung von irgendeinem Pflegefonds, wobei ich es nicht verstanden habe, wo der liegt. Und warum der dem Kapitalmarkt ausgesetzt ist, das weiß ich nämlich nicht, dass irgendwo etwas dem Kapitalmarkt ausgesetzt ist. Stimmt meiner Meinung nach auch nicht. Und deswegen ist der ganze Antrag leider nicht dazu geeignet, das Problem wirklich zu lösen. So, wir haben niemanden am Pro-Mikrofon. Nächster Kontrabeitrag. Ja, also, ich sehe es nicht ganz so skeptisch wie mein Vorredner, dass der Solidaritätszuschlag nie abgelöst wird oder aufgehoben wird. Ich habe vielmehr ein Problem damit, was machen wir mit diesem Antrag, wenn tatsächlich es keinen Solidaritätszuschlag mehr geben würde. Dann hätten wir ja uns festgelegt auf eine Finanzierung aus einem Topf, den es gar nicht mehr gibt. Von daher, die Intention dieses Antrags ist gut, aber die Legislatur dauert wahrscheinlich doch noch etwas länger, bis wir wieder zu einer Bundestagswahl kommen. Und dann möchte ich nicht unbedingt an einem beschlossenen Programmpunkt noch eine Änderung vornehmen müssen, sondern dann einen runden Antrag machen, zumal ja jetzt auch schon gesagt wurde, dass da auch noch andere Punkte sind, die gegebenenfalls überarbeitet werden müssten. Weiterhin kein Pro und der nächste Kontrabeitrag. Ich möchte halt ausdrücklich hier gar nicht gegen den gesamten Antrag, sondern nur gegen die beiden Module reden. Also der Satz, dass da bei der Finanzierung was getan muss und nicht ärztliche Kranken- und Pflegeberufe irgendwie besser finanziert werden müssen, dass da Lücken bestehen, den würde ich so mittragen. Ich habe nur ein grundsätzliches Problem mit diesen Finanzierungsvorschlägen. Also unabhängig davon, ob es den Soli denn eigentlich noch gibt oder nicht, wenn das relevant ist, vielleicht haben wir auch was alle. Vielleicht nehmen wir auch die Cannabis-Steuer, die Mineralöl-Steuer, die Finanztransaktionssteuer, was wir uns alles auch so vorstellen können, was man besteuern könnte. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum wir jetzt, das ist kein Gesetzesantrag, warum wir in unserem Programm exakt irgendwo solche Gegenfinanzierungen machen. Denn dann passiert es uns viel zu leicht, dass wir an einer anderen Stelle sagen, wir benutzen den Soli noch für was anderes und noch für was drittes und noch für was viertes. Und wir wollen eine große Steuerreform und dann eigentlich eh das Ganze auf andere Füße stellen. Also ich hätte es gerne, wenn wir nicht bestimmte Arten, welche Steuern wir verändern wollen, im Gesundheitsprogramm unterbringen. Also wenn wir damit anfangen, glaube ich, haben wir einfach ein großes Problem, unser Programm konsistent zu halten. Deswegen möchte ich zumindest davon abraten, die beiden Module 1 und 2 anzunehmen, weil die sowas regeln, das im Gesundheitsprogramm meiner Meinung nach zu weit geht. Weiterhin kein Pro, nächster Kontra. Den Soli nicht abzuschaffen, sondern in irgendeiner Form, sei es als Gesundheitsabgabe oder so, dem Gesundheitswesen zuzuführen, finde ich absolut gut. Weil den Soli abzuschaffen, entlastet nur die hohen Einkommen. Die kleinen und Mittelstände da haben so oder so nichts davon, können wir also weiterführen. Das Gesundheitswesen soll unterstützt werden. Wie gesagt, diese Gelder aus dem ehemaligen oder bisherigen Soli werden gut dafür geeignet, die da reinlaufen zu lassen. Allerdings finde ich es nicht gut, das auf nichtärztliche Gesundheitsfachberufe anzusetzen und dann noch eine beispielhafte Liste anzubringen. Vorhin kam die Frage nach der Homöopathie. Da frage ich dann, wie will man das ausschließen, dass diese Gruppe dauernd nicht unterstützt wird. Deswegen sollte man meines Erachtens den ganzen Antrag umformulieren, dahingehend, dass die Gelder des ehemaligen bisherigen Soli in irgendeiner Form dem Gesundheitswesen zufließen soll. Und das Allgemein halten, damit auch zum Beispiel Krankenschwestern vielleicht höher entlohnt werden können, die da auch nicht enthalten werden. Der nächste Probeitrag. Also ich wäre schon für diesen Antrag, wir könnten jetzt vielleicht die Lex Marsch hinziehen und den vielleicht noch umformulieren, dass das Thema mit den Besteuerungen, Besteuerungen sind manchmal mit Zweck gebunden, auf Beiträge oder ähnliches umformulieren. Dann könnte man, glaube ich, mehr noch dem Antrag zustimmen. Das wäre jetzt aber deine Entscheidung. Dankeschön. So, ich sehe niemanden mehr an den Mikrofonen. Ich sehe auch nicht, dass sich das ändert. Dann hast du deinen Schlussbeitrag. Steuerfinanziertes Gesundheitssystem gibt es in ganz Europa rund um uns rum, nur nicht bei uns. Dort läuft Krankenpflege und überhaupt der Gesundheitsbereich viel besser, weil es steuerfinanziert ist. Vom Bruttoinlandsprodukt fließt von unserer Seite aus sehr wenig dort hinein. Beitragserhöhungen in der Krankenkasse und in der Pflegeversicherung sind nicht gewünscht. Zuzahlungen bei Heimaufenthalten, bei langer Pflegebedürftigkeit geht auch nicht so weiter. Pflegeheimplätze sind teuer. Dies alles muss irgendwann finanziert werden und wenn wir uns da nicht auf den Weg machen, dann sehe ich schwarz, für die, die jetzt hier jung sitzen, irgendwann alt sind und pflegebedürftig. Dann werdet ihr eben, ob ihr es wollt oder nicht, von Robotern gepflegt und nicht mehr von der liebevollen Pflegekraft. Okay, herzlichen Dank. Wir kommen zum Gesamtantrag. Ohne Modul 1, ohne Modul 2. Jetzt bitte die Abstimmung. Bitte jetzt nur die Zustimmung. Jetzt die Ablehnung. Ich hätte gern noch mal den Wahlleiter und noch ein Augenpaar. Ein anderes Augenpaar. Ich hätte gern noch mal den Wahlleiter und noch ein Augenpaar. Ja. Sehr schön. Genau. So, jetzt bitte noch mal die Zustimmung. Für die Zustimmung. Ja. Dankeschön. Die Ablehnung. Dankeschön. Der Antrag ist angenommen. Vielen lieben Dank. Ich schätze gern jemand von der Presse. Ich habe den gesehen. Kleinen Moment. So, kleinen Moment eben noch. Dein GO-Antrag. Ich habe eine Verfahrensfrage, beziehungsweise die Nachfrage, ob ihr das gelesen habt. In dem Einleitungstext, in dem Einleitungstext, Zeile 3 und 4 steht, falls mindestens eines der Module angenommen wird, soll der folgende Satz eingefügt werden. Deswegen die Frage, seid ihr euch sicher, dass wir das jetzt korrekt durchgeführt haben? Und was wäre die Überschrift, unter der das Ganze dann eingefügt wird? Ich hasse es, wenn Politiker das sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, danke für deine Frage. Wir werden uns in dieser Frage nicht auseinander dividieren lassen, mal gucken, ob mir sonst noch irgendwelche Sprüche, aber ja, wir kümmern uns drum. Danke. Danke. Ja, das sind die Tücken der modularen Anträge. Also, formal, das, was wir getan haben, war richtig und auch das Einzige, was wir hätten tun können. Was wir jetzt getan haben, ist, dass wir gesagt haben, ja, wir sind dafür, aber wir haben dazu nichts. Also, insofern, den Rann auf die Presse vielleicht noch mal kurz stoppen. Es wird keine Änderung im Programm geben, weil wir haben kein Modul abgeschlossen, aber wir haben uns erst mal positiv dazu ausgedrückt. Nichtsdestotrotz musste der Antrag abgestimmt werden, auch wenn beide Module abgelehnt waren, weil es gibt ja den Gesamtantrag. So ist halt die Geschäftsordnung. Das nächste Mal vielleicht noch mal die Hilfe bei der Antragskommission bemühen. Aber gut, dass die Frage gestellt worden ist, weil jetzt haben wir eine Antwort darauf und wir können weitermachen mit dem nächsten Antrag. Es sei denn, mein Wahlleiter sagte, er hätte ein Ergebnis. Hat er, das ist ja fast wie in der Werbung. Wo war das eigentlich noch mal? Vielleicht hat, wenn ich jetzt auf Twitter wäre, würde ich sagen, einer meiner Follower hat doch bestimmt eine Antwort darauf. Hat er, wo war, wo kam das her? Nein. 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 Ich hatte noch keinen Kaffee oder nicht genug. Liebe Versammlung, der Wahlgang 5, Generalsekretär, da habt ihr gerade gewählt. Es sind abgegebene Stimmen 155, da bin ich mal wieder sehr stolz auf euch. Gültige Stimmen 155, daher ungültige 0. Schwarz oder mit Zucker? Wie die Frauen, Lorn und Süße. Lorn und Süße. Aber eigentlich eher rothaarig und süß. Kommen wir zur Wahlhandlung. Die 155 Stimmen, es gab drei Kandidaten. Ich fange einmal mit dem niedrigsten an, von unten nach oben. 68 gleich bitte nach der Verkündung der Wahlhandlung, danke. Mit 68 Stimmen 43,87% Boris Sobieski, mit 74 Stimmen 47,74% Thomas Knoblich, mit 89 Stimmen 57,42% Petra Stoll. Herr Marsching, das ist aber sehr süß. Ich darfst gerne hochkommen zu mir, liebe Petra. Petra, die Versammlung hat dich zum Generalsekretär der Piratenpartei Deutschland gewählt. Nimmst du die Wahl an? Ja, danke. Ich nehme an. Ganz gerne nur ein paar Worte zu haben. Ich möchte eigentlich nicht mehr viel sagen. Aber lasst uns weitermachen und weiter kämpfen. Vor allen Dingen für die EU-Wahl, das muss wirklich das nächste Ziel sein. Und vielen Dank. Die Frage nach den Posten kam noch. Nein, da gibt es keine Konflikte. Ich habe kein anderes Amt oder sonst Ähnliches. Ja, herzlichen Dank. Der nächste Wahlgang wäre der stellvertretende Generalsekretär. Und das ist eine Option. Das heißt, wir werden jetzt erst mal feststellen, ob wir diese Option ziehen wollen. Soll der stellvertretende Generalsekretär gewählt werden als Posten? Ja, nein. Bitte jetzt zur Abstimmung. Ihr wollt ihn wählen. Herzlichen Dank. Und ich übergebe an den Wahlleiter. So. Die Wahl zum stellvertretenden Generalsekretär oder stellvertretende Generalsekretärin. Ich sehe es da nicht so eng. Für mich seid ihr alle Eichhörnchen oder Menschen. Wie dem auch sei. Oder beides. Wie dem auch sei. Die Kandidatenliste für einen stellvertretenden Generalsekretär ist und war offen. Haben wir Kandidaten für das Amt des Stelf? Kandidaten für das Amt des Stelf? Kandidaten für das Amt des Stelf? Fragezeichen? Fix it, please. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Boris Sobieski. Wir haben zwei Kandidaten. Ich übergebe mal wieder an die Versammlungsleitung. Die Kandidaten möchten gleich euch noch etwas mitteilen. Dann darf der Frank als erstes. Wie viel Zeit habe ich? Fünf Minuten. Ja, morgen Piraten. Ich hoffe, ihr könnt mich alle bis in die letzte Ecke verstehen. Zuerst hatte ich eine große Rede vorgebracht. Ich muss mal kurz ein Statement abgeben, da es schon hier im Saal rumgeht. Ich möchte sagen, jeden Presseartikel habe ich nicht selbst verfasst, der heute in der Express und in der NRZ ist. Ich möchte auch diesen Parteitag nicht aufmischen, aber ich kandidiere auch nicht als stellvertretender Polgf nachher, nur weil ich jetzt heute in der Presse bin und der Bundesparteitag in den Medien hier in Düsseldorf ist. Warum stehe ich hier? Neun Jahre eine Partei, neun Jahre ein Traum. Seit 2012 hatten wir damals eine Möglichkeit, etwas zu bewegen in Deutschland. Doch der Abstieg, den wir mal jetzt wahrhaben müssen, begann bereits 2014, aber irgendwo wollten wir ihn nicht komplett wahrhaben. Vier Jahre sind seit diesen Tagen vergangen. Wir haben unsere Landtagsfraktionen verloren und zwei, ich sage jetzt mal, nicht so tolle Landtagswahlen vor uns. Den ersten Teil des Bufos habt ihr gestern gewählt und heute Morgen auch. Glückwunsch an Petra zur Genseck. Warum soll ich dieses Team ergänzen? Viele, die mich kennen, wissen, was ich für ein Typ bin und dass ich bisher immer an der Front gekämpft habe, ich wollte 2V im Land werden, das bin ich nicht geworden und ihr habt mir euer klares Statement gegeben, weil ich halt auch meine Schwächen habe und dazu stehe ich auch. Deswegen mache ich eben nicht Polgf und nicht diese Position, weil ich halt zu viel labere und auch nicht zum Punkt kommen kann. Aber jeder, der mich wirklich kennt und das könnt ihr ja wirklich jeden fragen, ich habe auch meine Vorteile. Ich bin ein Arbeitstier. Wenn ich was verspreche, dann halte ich das auch. Habe in den neuen Jahren wirklich viel Wissen, Fachwissen innerhalb unserer Strukturen gelernt und das, was ich als größten Vorteil sehe, bin seit 4 Jahren jetzt im Kommunalparlament und weiß, wie politisch gearbeitet wird und was dafür vorbereitet werden muss. Deswegen glaube ich, dass ich die Piraten kenne und vor allem auch weiß, was Politik machen bedeutet. Durch diese Arbeit glaube ich, dass ich diese Partei ein Stück voranbringen kann und endlich Strukturen realisieren kann, die wir wirklich brauchen, Fehler analysieren kann, um diese dann auch abzustellen. Denn schauen wir mal wirklich auf das Bild, die wir heute haben. Wir wissen alle, nächstes Jahr ist die dritte EU-Parlamentswahl, die wir machen. Wir haben insgesamt 1.234 Kommunalwahlkämpfe hinter uns und 48 Landtagswahlkämpfe. Allerdings, fragt die Orga, jedes Mal fangen wir von vorne an und sagen, wie machen wir denn jetzt Wahlkampf? Wir haben vier Landtagsfraktionen gehabt, 314 kommunale Mandatsträger, einen EU-Abgeordneten und ich sage euch, egal wer am 26.05. einzieht, der fragt sich, wie baue ich eine Fraktion und wie muss ich meine politische Arbeit aufbauen? Noch schlimmer sieht es aus, wenn wir unsere digitale Kompetenz sehen. 1.824 Blogs betreiben wir, 226 Subdomains, 750 Mailinglisten, die Pets, die Pet-Gruppen und die ganzen anderen Tools habe ich gar nicht dazu gezählt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe es rausgesucht, 2013, 2014 hatten wir so ein kleines DIN-A5-Zettelchen, wie du bei der Piratenpartei mitarbeiten kannst. Heute braucht es erstmal einen technischen Sachverstand, um überhaupt erstmal alle Tools zu registrieren. Wir haben heute Nacht darüber gesprochen, welche Möglichkeiten dort ist, einfach mal ein Tool zu schaffen, wo alle Apps, die wir brauchen, überhaupt mal in einem System installiert werden. Früher hatten wir dafür eine CD. Diese ganzen Sachen lassen sich jetzt nicht nur auf die politische Arbeit, sondern auch auf die interne Arbeit fortführen. 30 Sekunden nur noch. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ich mit euch zusammen diese Struktur von innen heraus aufbauen kann. Mit eurem Wissen, mit eurer Information können wir es gemeinsam schaffen, der parteiweit ein System zu geben, so wie es bei den anderen und bei uns eigentlich sein sollte, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam nach vorne zu gehen, damit wir alle unsere Pressemitteilungen rausjagen können, damit wir gemeinsam einen Auftritt haben. Und dafür stehe ich zur Verfügung, die ganze Zeit rund um die Uhr und mache alles dafür, dass wir gemeinsam erfolgreich werden und dass der Polgf und der Vorsitzende das tun können, was er wirklich als Aufgabe hat. Danke. Fast aber nicht ganz eine Punktlandung. Aber ausreichend. Gut. Wir kommen zu den Fragen an den Kandidaten und beginnen mit der ersten. Ja, ich finde es erstmal gut, dass sich Leute im Kandidatengrillen stellen. Wir machen das ja ganz bewusst aus Privatinitiative. Da haben wir ja über euch erfahren. Da habe ich ja schon gesagt, du bist Giltz hier als Nervensäge. Also ich zitiere dich. Also du hast das selber von dir behauptet. Inwieweit kannst du dich denn da überhaupt zurücknehmen in einem Team, genannt Bundesvorstand? Würde mich doch sehr interessieren. Dankeschön. Also der Bericht, der heißt ja fleißige Nervensäge. Und ich glaube, jeder, der schon was in der Verwaltung getan hat, weiß, wie oft ich bestimmte Fragen stelle und sie immer wieder stelle, wenn sich nichts verändert. Ich nehme ein klassisches Beispiel mit der Domainmanagement. Es ist kein Hexenwerk, dieses Ding zu installieren. Ich habe es installiert. Wir können morgen damit starten, dass das jeder machen könnte, dass die Piratenpartei ihre Domains registrieren kann. Dafür brauche ich nicht fünf Jahre darüber diskutieren, ob wir es brauchen oder nicht. Wenn es jemand haben möchte, geht es. Das Gleiche ist bei den Blogs. Da bin ich eine Nervensäge und ich werde auch die Leute, die man Aufgaben delegiert, immer wieder fragen, wo sie stehen. Und der große Vorteil ist, dass, wenn jemand wirklich mal ausfällt, ich bestimmte Arbeitsbereiche übernehmen kann, wie hier zum Beispiel die Pressemappe einfach mal in InDesign erstellt werden muss. Diese Fähigkeiten habe ich, diese Programme habe ich und habe auch dann selbst die Erfahrung. Ich muss also nicht immer wieder jemand Neues suchen, sondern notfalls setze ich mich nachts hin und mache es selbst. Nächste Frage. Deine Rede war ja jetzt nicht schlecht. Allerdings kommt mir der Großteil von dem, was du gesagt hast, so rüber, als wäre es eher im Amt des politischen Geschäftsführers nach der bisherigen Emdeaufteilung der Paradenpartei angesiedelt. Bist du sicher, dass du auf dem richtigen Pusten kandidierst? Warte doch einen Moment. So, bitte. Ich habe ja eben was dazu gesagt. Meine Meinung ist, dass es der politische Geschäftsführer, genauso wie sein Stellvertreter, hat zwei Aufgaben. Der eine verkauft die politischen Inhalte nach außen und der andere nach innen. Dafür muss erst mal Input an die politische Geschäftsführerin geschickt werden. Ich habe jetzt anderthalb Jahre mit den politischen Geschäftsführern zusammengearbeitet und weiß, was tatsächlich ankommt. Die Zeit, die alles selber rauszusuchen, ist für die politische Geschäftsführerin gar nicht leistbar. Also müssen wir, das sehe ich als Sekretariat einfach so an, die Tools schaffen, dass die Informationen gesammelt, gefiltert, dem ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden zur Verfügung gestellt werden, damit die dann agieren können, um dann wieder entsprechende Sachen zu machen. Wenn ein Block nicht funktioniert, kann die politische Geschäftsführerin auch nichts rausgeben. Wir sollten auch mal hinter die Kulissen gucken und wie es tatsächlich aussieht und da ist einiges zu tun. Und das ist Arbeit und das wissen die Leute auch, wie ich eben gesagt habe. Wir müssen endlich diese Sachen konsolidieren, wir müssen diese Arbeit machen, sodass alle auch zusammenarbeiten können. Und ich bin nicht, habe ich eben selbst ja gesagt, nicht der Mensch, der dann den Inhalt in drei Worten wiedergeben kann, sondern ich verfasse in einem Satz fünf verschiedene Thesen. und dafür ist, sorry, das ist nicht mein Job. Frage drei. Du hast schon beim Kandidatengrillen und jetzt auch immer von Strukturen gesprochen, also ein schönes Zitat fand ich, voneinander kopieren ist der Schlüssel zum Erfolg. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele geben, wie du das anpacken willst mit den Strukturen, vielleicht auch nicht digital, du hast jetzt hauptsächlich Tools angesprochen. Du meinst jetzt, wie wir die mitnehmen, Piraten, die nicht mehr online aktiv sind. Da sieht es zum Beispiel so aus, dass ich sage, wir haben bis heute nicht die Möglichkeit überhaupt zu erfahren, ob der Mensch ein Offliner oder ein Onliner ist. Ich persönlich würde es lieben oder toll finden, wenn wir in der Mitgliederverwaltung, wenn irgendwann der Pirat Mitglied geworden ist, dass wir diese Möglichkeit haben. Und ja, ein KV oder die Partei muss sich dann auch entscheiden, auch notfalls wieder Papier zu verschicken, was sich händisch ausfüllen kann. Wir haben aber bei uns in der Partei, das ist mein Eindruck, einen technischen Sachverstand, der erforderlich ist und deswegen auch die Leute gar nicht mehr erreicht. Und ja, man kann dann auch mal wieder was an die LGS schicken, was dann eingescannt wird und dann auch weitergereicht wird. Und das müssen wir aber auch aufnehmen und das auch akzeptieren, dass nicht jeder, ich sage jetzt mal, alle Tool-Medien hatten, wir hatten das gestern in der Kommunalkonferenz, wer wie welches Tool nutzt und keiner nutzt alles. Jeder hat seine speziellen Vorzüge und das müssen wir irgendwo mitnehmen, damit wir überhaupt wissen, wie wir mit der Basis und dem Bürger nachher kommunizieren. Frage vier. Ja, hallo Frank, erst mal Gratulation, danke, dass du erst mal dich überhaupt jetzt hier dem jetzt hier mal stellst. Meine Frage ist, du sprichst die ganze Zeit immer hier von Teamarbeit. So als Teamplayer habe ich dich bisher noch nicht kennengelernt, sondern als einen, der genau Punkte, also Fehler direkt benennt und auch meint. Meinst du, du schaffst es dann in diesem neuen Vorstand das hinzubekommen, in einem Team zu arbeiten, auch Dinge zu bekommen, also Aufgaben zu bekommen? Ich glaube, dass schon, ich sage ja, du hast es genau mitgekommen, ich war bisher Basisgurke, ich habe die Leute, die in der verantwortlichen Position waren, auf Missstände hingewiesen, wo ich einfach sage, okay, das könnte man mal abstellen. Das, was ich nicht verstanden habe und da bin ich halt die Nervensäge, warum nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, nach zwei Jahren dieser Fehler immer noch vorhanden ist. Das, was ich immer wieder höre, ist, ah, ist nicht meine Aufgabe, aber ich habe das weitergegeben, ich habe meine Mail verschickt, da passiert ja nichts oder da musst du noch ein bisschen warten. So, ich bin der Mensch, der sagt, okay, verstehe ich. So, wenn ich aber in dieser Position bin und jemanden es delegiere, rufe ich ihn an und wenn der mir dann sagt, weißt du, ich kann jetzt nicht, weil ich bin drei Wochen, falle ich aus oder sechs Wochen, bin ich der Typ, der sagt, okay, verstehe ich, super, aber ich mache dann kurz mal die Aufgabe selbst, weil, wenn ich den technischen Sachverstand habe, kann ich es auch selber erledigen. Genauso bin ich einfach, wo ich zum Beispiel sage, alle Designer müssten genauso eine Online-Maschine haben, wie die Leute, die in Sage arbeiten, sodass endlich mal alle Daten gesammelt werden und jeder Fotograf hat einen Zugang zu bekommen, wo er die Originalfotos hochladen kann, damit die politischen Geschäftsführer diese Fotos auch verarbeiten können. Das Einzige, was ich bei uns in dieser Partei sehe, wir haben eine ganz tolle Idee, dann ist da das Tool vorhanden, dann kriege ich aber keine Zugänge, ich muss erst mal 100 Mails schreiben und das müsste, verstehe ich nicht als Basisgurke. Ich sage ganz einfach, jeder Fotograf kann sich melden, jeder soll auf der OwnCloud einen Zugang kriegen, dann soll er die Bilder da hochladen oder nicht hochladen und dann wissen wir, dass wir eine Million Fotos haben und der politische Geschäftsführer kann sich das beste Foto aussuchen. Er kann es auch erklären, warum er jetzt nicht das Foto von Boris genommen hat, sondern das von Klaus. Das kann man dann verkaufen, aber nicht, ich habe dir doch was geschickt. Frage 5. Frage 5. Als Mitglied in einem Kreisvorstand, das ist nicht immer einfach, andere Kreisvorstände aus anderen Kreisverbänden zu erreichen. Du scheinst, als hättest du dir schon sehr viele Gedanken zum Thema Strukturen gemacht. Magst du kurz einschätzen, woran das liegt, dass es relativ schwer ist, als Kreisvorstand, Kreisvorstandsmitglieder aus anderen Kreisvorständen zu erreichen, wenn man diese nicht persönlich kennt und hast du vielleicht sogar einen konkreten Ansatz, was man dagegen tun kann, damit die Vernetzung leichter geschieht? Also da ich jetzt neun Jahre dabei bin und auch ja mal stellvertretender Kreisvorsitzender, weil ich jetzt Beisitzer bin, weiß ich, wir haben das gleiche Problem, wir wählen jedes Jahr zum Beispiel neue Leute. Wir hatten mal, alte Leute können sich noch daran erinnern, mal Ideen wie Pirateninfo, Karteikartensysteme, Vernetzungslisten, Vorstandslisten. Ich glaube, wir haben jetzt im Dezember auch Vorstandswahlen. Wir wissen, haben so eine How-To-Liste, wo wir uns überall eintragen müssen, damit man das aktualisiert. Ich habe zum Beispiel jetzt, was wir jetzt in NRW mal gestartet haben, einfach gesagt, das ist doch totaler Wahnsinn. Warum machen wir es nicht wie bei den Benutzerprofilen im Wiki? Eine Liste, die jeder Kreisverband einpflegen muss auf der Wiki-Seite und wenn ich einen Kreisverband habe, habe ich einen Schatzmeister, da habe ich einen ersten Vorsitzenden, da habe ich einen Pressewart, da habe ich vielleicht irgendwie einen Arbeitskreis, kann dort im Wiki das einpflegen und dann kann jeder, der diese Daten braucht, diese vollautomatisch aus dem System zum Beispiel raussuchen. Er kann sich da eine eigene Liste mit erstellen. Das Gleiche kannst du auch in der Datenbank hinterlegen. Die Schatzmeister weiß genau, ob ich einen virtuellen Kreisverband habe oder einen realen Kreisverband. Auch dort könnten Daten hinterlegt werden, um dann allen zur Verfügung zu stellen. Ob das alles öffentlich sein muss oder ob wir ein geschlossenes System brauchen, wo ich mich einloggen kann, das muss man diskutieren mit den Leuten, was das Praktikables ist. Aber es muss endlich getan werden, damit ein Kreisvorstand aus München sich mit den Düsseldorfern sofort verbinden kann und nicht erst mal überlegen muss, wie heißt die Seite, wie heißt dieses System, wie heißt das. Das wäre ein Traum, aber das müssen wir gemeinsam diskutieren, was da die beste Lösung ist und nicht immer nur sagen, geht nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht. So, ich sehe noch weitere Menschen am Frage-Mikrofon, aber wir hatten fünf Fragende, das heißt, ich frage euch jetzt erst mal, soll der Kandidat weiter befragt werden? Ja, nein? Nicht eindeutig, deswegen machen wir weiter. Die nächste Frage, Block 1. Du hast angesprochen, dass du bestimmte Sachen von der Struktur her verbessern willst. Inwieweit ist dir bekannt, dass einige von den Sachen, die du angesprochen hast, zum Beispiel auf dem letzten IT-Treffen schon längst in Arbeit sind, also insbesondere Richtung Domainverwaltung oder auch eine Neustrukturierung bezüglich der Tool-Verfügbarkeit und wie stellst du dir vor, dann halt auch die Leute mitzunehmen, halt nicht nur die Nervensäge zu spielen, was sicherlich nicht verkehrt ist, sondern auch die Leute mitzunehmen, die halt dann eben diese Arbeit machen müssen, weil alles alleine kannst du ja selber dann auch nicht machen. Okay, ich nehme das Beispiel, weil du es genau gesagt hast. Vor anderthalb Jahren ist der Vertrag gekommen, dass die Piratenpartei zu einem festen Kurs Domains verwalten kann und auch registrieren kann. Vor anderthalb Jahren. Wir haben bis heute nicht die Möglichkeit, dass ein Kreisverband einfach auf die Seite geht, seine Daten eingibt und sagt, ich registriere mir meine Domain. für diesen Preis, den wir ausgehandelt haben mit diesem Anbieter. Ich sage dir, ich kenne dieses Programm sehr gut. Dieses Programm kannst du sofort starten und jeder könnte es machen. Es wird über sich über was ganz anderes unterhalten. Muss man das als wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der darf dann Zugang haben und und und. Diese Sachen kann ich nicht verstehen. Ich kann dir so sagen, wir haben 1824 Domains, die noch nicht mehr mehr der Piratenpartei gehören. Und wenn diese Person austritt, hat der Nächste das Problem, dass er diese Domänen vielleicht nicht mehr bekommt. So, und das sind Aufgaben, wo ich einfach hingehe und sage, wir müssen mit den Leuten sprechen. Du kannst umziehen, das ist dein Preis. Zahl es an deinen Kreisverband, zahl es an deinen Schatzmeister. So, und das ist wirklich Arbeit. Da muss ich mit jedem Einzelnen sprechen und das muss getan werden. Und ja, ich bin bereit, diese Gespräche zu führen und nicht darauf zu warten, bis wir eine gesamtpolitische Lösung haben, sondern ich sage, jeder Einzelne soll sich eine Domain registrieren, aber bitte, dass es auch auf der Piratenpartei registriert ist und dass uns immer die Domain gehört und wir müssen uns nur darüber unterhalten, wer diese 3,92 Euro bezahlt, damit, wenn die Partei oder das Mitglied ausgetreten ist in seinem KV oder in seinem Kreis entsprechend sagt, übernehmen wir diese Kosten oder geben wir diese Domain zurück. Und das passiert nicht. Wir haben es gerade jetzt wieder in NRW und anderen Seiten gesehen, da ist die Domain weg, weil der Pirat weg ist. Frage 2 Ja, also was höre ich denn hier wieder? So neue Tools und so weiter. Lieber Frank, wir haben das schon alles. Es bedarf nur eines gewissen technischen Sachverstandes, einer gewissen organisatorischen Umsetzungsfähigkeit, diese Sachen zu nutzen. Ich will keine neuen Tools. Ich will, dass das mal stringent gemacht wird, was du da die ganze Zeit erzählst von mir seit anderthalb Jahren. Es weiß kaum einer. Ich glaube, da muss was passieren. Bist du denn in der Lage, so weit weiterzukommen, dass das durchdringt? Ob ich, das ist ja immer die gute Frage, kann man durchdringen oder kann man nicht durchdringen? Als Basisgurke sage ich, nee, kann ich nicht. Ob ich als Vorstand in der Position, wo ich sage, ich habe einen Dennis hinter mir, ich habe einen Sebastian hinter mir, der Bernd, wenn wir das gemeinsam machen und sagen, das sind die Tools, dann müssen wir die Diskussion in der Basis führen und ich glaube, dass wir es umsetzen können. Die Frage ist, warum diskutieren wir fünf Jahre darüber, ob wir es brauchen oder nicht? Und das, was ich einfach sage, eine virtumelle Maschine, weil irgendwo jemand einen Traum hat, der eine Metamos, der nächste Prosteno, der nächste das, zu machen und sagen, testet es einfach, macht es. Es bleibt aber bei uns. Ja, müsste eigentlich möglich sein. So, und diese Tools, die wir haben, klar müssen wir darüber diskutieren und die Technik geht weiter. Wir diskutieren aber, ob wir überhaupt eine virtuelle Maschine kriegen, ob wir eine Dienstleistung kriegen, ob wir einen eigenen Blog kriegen oder nicht, ob eine AG eine Webseite betreiben darf oder nicht. Die Leute, und das ist Piraten-Typisch, machen es einfach. Und dann haben wir irgendwo einen Blog und ich habe es ja wirklich überprüfen lassen oder ich habe sie mir angeguckt. Wir haben alleine noch über 600 Seiten, da habe ich einen Bernd Schlömer im Impressum gesehen, der Vorsitzende der Piratenpartei ist, weil der Blog ist seit Jahren nicht mehr gepflegt worden. Da steht aber oben unser Logo drauf und da muss ich ganz einfach sagen, bitte, das ist eine Subdomain. Warum ist das nie angegangen worden? Das ist Arbeitsschritte, die ich einfach bereit bin und ich wollte euch nur sagen, es ist so und ich kann auch gerne diese Liste machen, ob ich jetzt Gänseck werde oder nicht. Danke. Frage 3. Die Mitgliederverwaltung ist ein sehr trockenes Amt. Das sind Eintritte, Austritte, Umzüge, Ticketbearbeitung im Bereich des Kundensupportes. Könntest du dir wirklich vorstellen, dass sieben Tage in der Woche wirklich irgendwie durchzuziehen? Ich muss sagen, dass ich durch meinen beruflichen Background, wir kriegen also ungefähr 2,5 Millionen Tickets im Monat. Ja, da mache ich auch meine Dienstleistung. Ich weiß, wie trocken und stupide das ist und ja, ich bin dazu bereit. Ich habe auch schon in anderen Tickets, Request-Trackern entsprechend die Tickets abgearbeitet und es ist stupide Arbeit. Aber ich sage ja, frag die Leute, die mich kennen, gerade für diese stupide Arbeit bin ich genau der Richtige und dann ist es halt, wenn ich 100 Mal den gleichen Ticket sehe, frage ich dann auch, könnten wir da nicht was ändern, können wir das nicht automatisieren und dann ist die Frage, ist es technisch möglich oder nicht? Ich glaube, dass wir viele dieser Tickets echt abschaffen könnten, wenn wir sie automatisieren. Danke. Frage Nummer vier. Ja, Frank, ich hatte schon die Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten, weiß deshalb sehr genau, was du meinst, wenn du von Nervensäge sprichst. Ich würde es eher Hartnäckigkeit nennen. Können wir von dir dieselbe Hartnäckigkeit beim Thema Bio erwarten? Wirst du da auch so nachhaken, wie bei den Sachen, wo du uns sonst Dampf unter dem Hintern gemacht hast? Ich muss dazu sagen, das habe ich mir sogar auch schon überlegt. Aber, und deswegen, ich sage ja einfach so, ich weiß bis heute nicht, ich habe es zigmal probiert, in welchem Code oder sonst was das ganze Programm geschrieben worden ist. Ich kann dir so sagen, das habe ich genauso wie mit unserem WordPress-Multiblogs mal gemacht. Ich habe das in diese Community der WordPress-Gemeinschaft gegeben, habe gesagt, wir sind eine politische Partei, wir würden das gerne nutzen. Was für Profi-Tools gibt es, die wir politisch nutzen können und was benutzen wir eigentlich? Genauso ist das wie mit diesem Bio. Bio ist ein Projekt, wo ich sage, das könnte die digitale Welt verändern. Und das ist nicht nur für die Partei, sondern auch für viele andere Organisationen bestimmt hilfreich. Deswegen sage ich, ja, ich habe sogar mit den Jungs von Code for Germany gesprochen, ob diese Personen ein Projekt zur Verfügung stehen würden, um den Quellcode, die Sicherheit und sonst was wirklich gegenzuprüfen. Ich weiß, da wir hier in NRW ja auch jemanden hatten, der diesen Verifizierungsdienst mal geschrieben hat und durch die Lande getingelt ist, den schicke ich sogar zu den entsprechenden Ämtern. Persönlich, der S-Gip steht rechts neben dir, wenn er bereit ist, diesen Code zu öffnen und zu machen, weil er sucht ja Hilfe, das hat er ja 14 Tage ist es her mit deinem Antrag, was er da vorgeschlagen hat. Ja, öffentlich machen, vielleicht als Open Source, wirklich prüfen lassen, stehe ich voll und ganz hinter. Wir brauchen so ein Tool, aber bitte nicht als das 35. Meinungsbindungstool, das Einzige, was ich hoffe, dass wir nicht daraus wieder einen Laberkanal machen, wie er gestern sagte mit dem Forum, was dann auch wieder Leute nicht lesen, sondern da sollte wirklich sein, einloggen, abprüfen, abstimmen, weitermachen. Vielen Dank. Frage 5 Ja, Frank, du bist, also das kann ich wirklich sagen, durchaus hartnäckig, also die Vokabel gefällt mir auch besser, du bist aber auch zuverlässig und man ist, ich weiß nicht, wenn du ein Wort hältst, dann hältst du es tatsächlich. Du hast jetzt aber häufiger Fragen in den Raum geworfen, stelle ich mal so fest. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum können wir nicht? Ich erinnere mich daran, dass Michelle das auch einmal gemacht hatte, und dann aber ich glaube, als er dann die Antworten gesehen hat, beziehungsweise dann auf Antworten gestoßen ist, das dann doch sehr demotivierend manchmal sein kann. Was sind denn deine Antworten auf die Fragen, die du hier eigentlich mal die ganze Zeit reinstellst? So, bevor du antwortest, da oben seht ihr einen Beamer und da ist eine Zeit und versucht euch dran zu halten. Die Antwort. Ich wäre ja froh, wenn ich mal die Antworten bekommen würde, wie danach meine Entscheidungslage aussieht. Vielleicht sage ich, oh, habe ich mir gar nicht vorgestellt. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mich mal informiert, wie viel Arbeit Technik ist und ich weiß auch, wie viel Arbeit Twitter-Pflege ist. Ich habe mich mal informiert, wie viel Arbeit es ist, ich sage jetzt mal, Spams zu filtern und, und, und. So, und. Ja, das können wir offen kommunizieren, dass da Leute sitzen, die da acht Stunden am Tag, ich sage jetzt mal, solche Dienste machen. Ehrenamtlich. So, die kann man auch loben. Alle anderen, ich sage ja, wir reden nicht über unsere Probleme im internen Backend. Das Einzige, was ich höre, wie Donnerstagabend, es ist mal wieder die Pads kaputt. Ich sehe mehr Diskussionen, warum das ist, was ist das für eine Scheiße, anstatt einfach zu sagen, bei denen und den Problemen ist der Server acht Jahre alt und der Server müsste dringend mal gemacht werden und deswegen muss ich da immer öfters mal eingreifen. Dann sage ich, lieber sollten wir darüber diskutieren, diesen einen blöden Server zu ersetzen. Ja, wir reden aber nicht über dieses ganze Backend-Verwaltung, sondern wir nutzen es in jedem Kreisverband, in jedem Landesverband und machen uns keine Gedanken, wieso das eigentlich läuft. Ja, wir freuen uns, dass es da ist und wenn es kaputt ist, sind wir alle über Twitter, die IT, wo ist die IT, warum geht das nicht? So, und ich sage ja, diese Arbeit muss hier wertgeschätzt werden für diese Leute. Ich bin der Sprachrohr für diese Leute, ich werde sie nach außen verkaufen und sagen, das ist der Mann, der das gemacht hat und dem habt ihr zu verdanken, wie jetzt der Bio, wie viele Stunden Programmierarbeit war das, 200 Stunden, 400 Stunden und wie viele Stunden hast du dagegen geleistet? Ja, aber es wird nicht wert, kommuniziert nach außen. Es wird mehr gesehen, warum der Pol GF jetzt nicht bei jeder Veranstaltung war, der auch dann bestimmte Zeit geopfert hat. Der wird wertgeschätzt, die anderen nicht und das ist meine Einstellung. Ist das der Versuch einer Frage? Sehr schön, dann stelle ich erst mal die Frage an die Versammlung. Soll der Kandidat weiter befragt werden, ja oder nein? Bitte jetzt zur Abstimmung. Das geht nicht aus und daher darfst du dich von der Bühne verabschieden. Vielen Dank. Boris, du hast dich schon mal vorgestellt, du hast eine Minute für eine weitere Vorstellung, deine Zeit läuft. Ja, ich kandidiere noch mal. Wir haben jetzt gerade eben viele Fragen gehört. Wir haben jetzt gerade viele Fragen gehört, warum Dinge nicht tun. Eins ist sicher, das nächste neue, super tolle Piratentool ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, unsere jetzigen Tools zu konsolidieren, zusammenzufassen, sauber zu dokumentieren und ich weiß zum Beispiel von unseren IT-Lern, dass momentan mindestens drei Stück direkt am Burnout arbeiten. Den kann ich sowas nicht nochmal auflasten. Ich muss das, was ich habe, zusammenfassen, sauberer fassen und dann können wir auch wieder arbeiten und nicht alles nochmal umkrempeln. Das haben wir schon so oft gehabt. Danke. Gut, Fragen an den Kandidaten? Momentan sehe ich noch niemanden. Ah ja, doch da. Ja, alles unbenommen. Ich hatte vermutet, hier stehen noch mehr. Bauers, frage mal, du wärst ja mal jemand, auch der Technik reinbringt in den Bundesvorstand, also der sich damit auskennt. Nun bist du ja ein echter Windows-Mann. Du kennst dich auch mit diesen komischen Linux-Systemen aus und kannst da auch Tipps und, wie sagen wir mal, Konsolidierungsvorschläge geben, Fragzeichen. Reicht Schulung als Trainer für Elpig? Reicht die Benutzung Debian 9? Momentan reicht das Aufsetzen von mehreren Post-Fix-Servern? Frage 2. Das erscheint mir als eine, vielleicht auch sehr wichtige Seite deiner Arbeit zu sein, aber gerade Mitgliederverwaltung wurde vorhin schon mal angesprochen, ist so, dass alltägliche Brot, welche Aufgaben willst du und in welcher Reihenfolge übernehmen? Ja, natürlich ist Mitgliederverwaltung und das trockene Ticketschubsen wichtig und eine Tätigkeit, das trockene Ticketschubsen muss man natürlich machen, allerdings, damit diese Tickets geschubst werden können, damit das funktioniert, müssen wir die Verwaltungs-Server sauber am Laufen haben, muss das Mail-System wieder ans Laufen kommen, dann funktionieren auch die ganzen alltäglichen Arbeiten für das Team. Also, dass ein Weiter-So uns bisher nicht zu den besten Wahlergebnissen geführt hat, ist, denke ich, allen klar. Wenn du tatsächlich keine große Veränderung in Sachen Tools und Sachen Strukturierung der ganzen Geschichten haben willst, wie willst du dann eine Verbesserung erwirken? Keine Veränderung habe ich nicht gesagt, sondern wir müssen das, was wir haben, aufräumen und sauber hinstellen. Das ist nicht ein Weiter-So, das ist nicht, wir werkeln einfach vor uns hin und lassen die Systeme kaputt gehen und lassen die Leute am Limit arbeiten, sondern das sauber aufzustellen, konsolidieren und damit geben wir als Infrastruktur von unten natürlich auch den Wahlkämpfern und dem Rest der Partei entsprechend die Möglichkeiten zu arbeiten. Frage 4. Du hattest ja eben schon angesprochen, dass eben viele Leute auch in der IT am Limit arbeiten und gleichzeitig haben wir immer mal wieder Probleme mit irgendwelchen Systemen. Inwiefern denkst du, wir sollten weiterhin alle IT-Dinge in Eigenleistung betreiben oder denkst du, dass wir vielleicht auch Dinge an Dienstleister auslagern sollten, dass wir zu bezahlten professionellen Strukturen dort kommen, wo einfach ein bezahlter Dienstleister die Verantwortung dafür trägt, dass die Sachen funktionieren. Gehe ich da, wo wir das machen müssen, wo das sinnvoll ist, wie zum Beispiel im Bundesredmine, wo das jetzt schon der Fall ist, komplett mitkonform, wenn wir es nicht selber machen können und dann müssen wir es abgeben. Frage 5. Morgen, du hast gesagt, du willst das, was wir haben, neu aufstellen, sauber aufstellen. Könntest du vielleicht einfach mal eine Handvoll von Tools nennen, die wir dann in Zukunft verwenden sollen, die dann zu diesem Pool von Tools, den du verwenden willst, dazugehört? Wir haben jetzt zum Beispiel eine große Aufgabe, erstmal das Wiki sauber zu machen. Wir müssen die Pads neu strukturieren, neu machen, wir müssen neue Pads einführen, weil die alten so nicht mehr funktionieren. Das Mail-System, das abgeraucht ist, wir müssen hier eine Redundanz herstellen. Das sind so Sachen, die einfach jetzt trocken gemacht werden müssen. Wir hatten fünf Fragen und ich frage die Versammlung, soll der Kandidat weiter befragt werden? Das ist ein Nein. Herzlichen Dank, Boris. Und ich hätte gerne meinen Wahlleiter. Vielen Dank. Ah, ich bin schon dran. Hallo, Versammlung. Die Wahlhelfer bitte ich schon einmal Richtung Leo zu gehen, beziehungsweise in Richtung der entsprechenden Wahluhren, die freigegeben wurden. So, ich schaue nochmal kurz. Wir haben zwei Kandidaten. Wahl des stellvertretenden Generalsekretärs der Piratenpartei Deutschland. So, ihr braucht immer noch die grüne Stimmkarte. Bei der nächsten Sache bin ich auch wieder ein bisschen stolz auf euch. Wir können mit dem Stimmzettel 8 dem schönen roten weitermachen. Wie immer, faltet diesen bitte so, dass oben noch zu erkennen ist, das Satz Stimmzettel Nummer 8 draufsteht. Es stehen zwei Kandidaten zur Wahl. Das heißt, ihr könnt zwei Kreuze machen oder bis zu zwei Kreuze für jeden Kandidaten einen. Wenn ihr sagt, okay, ich kann mir vorstellen, Frank Render füllt das Amt des stellvertretenden Generalsekretärs gut aus, dann macht ihr ein Kreuz bei Frank Render. Wenn ihr sagt, der Boris Sobieski kann ich mir gut vorstellen als stellvertretender Generalsekretär, dann macht ihr dort ein Kreuz. Wenn ihr sagt, ich kann mir beide gut vorstellen als stellvertretender Gensek, um die Generalsekretärin zu unterstützen, dann könnt ihr auch bei beiden ein Kreuz machen. Ihr könnt auch einen leeren Stimmzettel abgeben, das wäre dann eine Enthaltung beziehungsweise ein Nein. Die erhöhen das Quorum. Wenn ihr irgendetwas anderes draufschreibt, dann ist der Stimmzettel ungültig und wird entsprechend nicht mitgezählt. So viel dazu. Ich erzähle euch so viel, weil ich auf meine Wahlhelfer warte, die sind da. Liebe Wahlhelfer, präsentiert der Versammlung bitte einmal die leeren Wahlurnen. Nachdem die Versammlung sich davon überzeugt hat, macht bitte die Wahlurnen zu. Ich frage meine Leof, Bist du fertig? Okay. Leo ist bereit, die Wahlhelfer sind auch bereit. Habt ihr noch Verständnisfragen, irgendwas, was unklar ist? Da sehe ich niemanden so. Dann erkläre ich hiermit den Wahlgang für eröffnet. Liebe Wahlhelfer, fangt an. Und ich übergebe wieder an die Versammlungsleitung. schau'r schau'r und ich schau'r Vielen Dank. 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 Wir kommen. Vielen Dank. möchte ich legen auf den Punkt Technik nutzen und digitale Lösungen. Gerade hier, wie in ganz vielen anderen Bereichen auch, müssen wir aufpassen, da drängt sich die Privatwirtschaft immer mehr, übernimmt da immer mehr die Oberhand. Gerade unter der Überschrift Digitalisierung ist sie dabei, alles an sich zu reißen, nicht nur die Kunden und die Daten, sondern auch die Forschungsmittel. Und gerade da möchte ich euch alle einladen, da mit drauf zu gucken und eine entsprechende Gegenposition zu entwickeln, wie das in den anderen Gebieten auch schon passiert. Dankeschön. Dankeschön. Wir kommen zu den Fragen und ja, ich habe es gesehen. Deine Frage, bitte. Habe ich dich jetzt so richtig verstanden, dass du praktisch die Landwirtschaft und die Fischerei vor einer zu großen Dominanz des Handels oder des Lebensmittels Gewerbes schützen möchtest? Ist das also eine Schutzklausel? Nein, das nicht. Aber gerade auf EU-Ebene gibt es die Möglichkeit, dahingehend einzuwirken, gerade auf die kleinen Akteure in der Landwirtschaft und auch in der Fischerei, dass diese dort zum Beispiel durch das Kartellrecht, aber auch durch die Rahmenbedingungen in der gemeinsamen Agrarpolitik, dass diese mehr Mittel bekommen. Im Moment ist es so, dass diese Fischereiverträge, die werden unter den Großen ausgemacht. Die haben einfach viel zu großen Einfluss und da besteht hier eben die Möglichkeit, dass das zurückgedrängt werden kann. Aber ich meinte diese Einflussnahme vor allem im digitalen Bereich. Im Moment, an einem Beispiel kann ich das vielleicht ein bisschen deutlicher machen. Da gibt es einen großen Landmaschinenhersteller, John Deere, der hat jetzt Landwirtschaft 4.0 Digitalisierung über alle seine Maßnahmen geschrieben und will da unheimlich viel machen. Er erklärt uns auch die biologischen Vorteile. Man könne Pflanzenschutzmittel einsparen und ähnliches. Das passiert aber nur, um hier mehr Marktmacht zu gewinnen und auch Forschungsmittel abzugreifen. Ähnliches passiert auf dem Gebiet des Saatguts, dass die großen Firmen dastehen und jetzt Hybridweizen erforschen wollen. Und es gelingt ihnen auch, da auch noch Forschungsmittel abzugreifen. Während die kleinen Zuchtunternehmen, die samenfestes Saatgut voranbringen wollen, was sie und dieses weiter fördern wollen, auch eine Vielfalt fördern wollen, die fallen hinten runter. Das sind alles Punkte, die kann man in der Agrarpolitik organisieren, auf EU-Ebene. Danke. Frage 2. Ja, also ich bin schon pro. Ich habe allerdings eine Frage, die sich vielleicht so ein bisschen kritisch anhört, aber grundsätzlich unterstütze ich das schon ganz. Und zwar, du weißt ja, dass es in der EU bei den Fördermitteln ganz viel immer um die Screening geht, also die Kopplung der Fördermittel an die Art und Weise, wie produziert wird und dass man eben sagt, es sollen jetzt möglichst mehr umweltschonende, weniger Pestizide, Artenvielfalt fördernde Maßnahmen in der Landwirtschaft gefördert werden. Und das steht da so explizit eigentlich nicht mehr dran, das Koppeln der Subventionen an spezielle Umweltmaßnahmen. Warum habt ihr das nicht mehr so klar reingenommen? Weil das ist ja die Diskussion in der EU im Moment. Ja, aber im dritten Absatz steht, Subventionen können nur in Einklang mit Nachhaltigkeitskriterien garantiert werden. Wir haben das gesagt, aber nicht klar. Ja, mal, 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 bitte. Nein, ich kann auf das Greening noch eingehen. Das Greening ist erst 2016, glaube ich, eingeführt worden. Das ist noch eine relativ neue Sache, auch diesen Punkt der Nachhaltigkeit und auch von der ökologischen Nachhaltigkeit in die Landwirtschaft immer mehr einzuführen, ist aber unter dem damaligen EU-Kommissar sozusagen reingebracht worden. Wir brauchen, das brauchen wir natürlich viel mehr. Das brauchen wir viel deutlicher. Es muss sich, um das auch einfach, weil Greening etwas, was Neues ist, aber auch was total Kompliziertes. Ich möchte, deshalb haben wir diesen Begriff Greening nicht hineingenommen, weil er ist schon besetzt, dieser Begriff ist besetzt. Nachhaltigkeit umfasst viel mehr. Da können wir auch, da können wir noch viel mehr drunter fordern. Wir wollen nicht das Greening neu auflegen und auch nicht verbessern, sondern wir wollen einfach mehr Nachhaltigkeit und das haben wir versucht in diesem Einsatz unterzubringen. Gibt es Verständnisfragen? Ja, bitte. Unter Landbesitz formulierst du nicht zu spekulativen Zwecken, finde ich auch sinnvoll. Nur zum Verständnis meine Frage dahingehend, mit Landbesitz ist dahingehend dann gemeint, nicht erschlossenes Land quasi? Nein, das ist... Ich formuliere meine Frage nur zu Ende, weil ich kann ja auch in einer Stadt Land quasi besitzen und ist es damit dann eingeschlossen oder eben nicht? Die Antwort? Es geht schon hauptsächlich um landwirtschaftliche Nutzfläche. Gibt es eine Verständnisfrage? Keine weiteren Verständnisfragen? Dann bitte das Pro-Mikro. Also, ich finde diesen Antrag erstmal sehr gut. Erstmal schon deswegen, weil das europäische Wahlprogramm da ergänzt werden muss und die größten Ausgaben ist ja immer noch der Agrarhaushalt und wie ungerecht das verteilt wird, glaube ich, ist uns allen bekannt. Und da ist dieses, was ihr ausgabend seid, ein wunderbarer Weg, dort weiterzukommen und wirklich wieder die Nachhaltigkeit vorne anzustellen. Danke für diesen Antrag und bitte das anzunehmen. Gondra? Also, ich finde viel, was in dem Antrag steht, steht auch gut. Ich habe allerdings zwei größere Probleme damit. Also, erstens mag ich den alten Text, der vor allen Dingen klar herausstellt, dass ökologische Kriterien und Anforderungen eben die Maßgabe sein sollen und nicht so gezielt sagt, was wir konkret fördern wollen. Hier steht dann sowas drin, wie, dass wir im Sinne der Resilienz kleinbäuerliche Strukturen uns so gut finden. Ich muss sagen, ich finde Fortschritt und Produktivitätsgewinne ziemlich geil und wir haben in der Landwirtschaft im Vergleich zu sehr vielen anderen Branchen eine ziemlich kleine Struktur. Wir haben zum Teil Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern und sowas. Sowas zu behalten mit öffentlichem Geld, so wirkt das für mich ein bisschen, als wollten wir sowas fördern, als wäre Kleinteiligkeit für uns irgendwie einen Wert an sich. Und ich halte das für total kritisch, wenn wir den Eindruck erwecken, auf so eine Schiene zu gehen. Auch wenn viele andere Sachen in dem Text gut sind. Der alte Text ist ziemlich kurz, aber aus meiner Sicht sagt er viel deutlicher und viel klarer, was für uns die Kriterien sind. Und was wichtig ist, ohne so Maßnahmen aufzuschreiben, die man auch von so einem Esoterik-Land-Lebens-Vergangenheitsverklärer aus so einem Kontext auch kennt. Und deswegen würde ich lieber beim alten Text bleiben. Bro? Das lese ich aus dem neuen Text nicht. Für mich ist er sehr klar verständlich und er erwähnt genau alles, was auch erwähnt werden muss. Und ich bitte sehr darum, diesen Antrag so wie er ist anzunehmen. Danke. Es gibt kein Kontra. Nächster Pro. Auch ich bitte euch, diesen Antrag anzunehmen. Ihr wisst selbst, dass sozusagen die Deutung von Formulierungen immer eine schwierige Geschichte ist. Ich glaube, dieser Antrag ist so wohl formuliert, dass eben halt vieles, was hier kritisiert wurde, muss man sich schon anstrengen, da herauszulesen. Also ich lese jetzt hier eben halt gerade diesen Esoterik-Vorwurf, kann ich nicht nachvollziehen. Was ich aber absolut nachvollziehen kann und das ist eben halt eine Komponente, die mir besonders wichtig ist, ist eben halt, dass gerade im Kontext zu großen Leitlinien, wie beispielsweise jetzt Greening, ähnlichen Geschichten, über die entsprechenden Interessenvertreter der Industrieverbände dort eben halt ein politischer Einfluss genommen wird, der ganz klar eben halt diejenigen, die diesen Interessenverbänden eben halt nicht so wuchtig vertreten sind, letztendlich mittelbar aus dem Geschäft drängt, Geschäftsmodelle über Regulierungen eben halt in einer Art und Weise weggeschossen werden können, die eben halt im Zweifelsfall nicht unbedingt im Gemeinwohlinteresse liegt. Was wir dort führen müssen, ist tatsächlich, wie wir es ja an anderen Stellen auch tun, eine Diskussion darüber, wie kommt eine Politik in Europa tatsächlich zustande, die auch eine gewisse Nähe sozusagen zum Gemeinwesen dann hat, also eben halt nicht nur Partikularinteressen großer Unternehmen beispielsweise berücksichtigt. Von daher unterstütze ich diesen Antrag. Danke. Kontra? Also um das vielleicht nochmal präziser zu fassen, also ich lese diesen Text mit Erhalt und Förderung kleinbäuerlicher Strukturen und dass Grundbesitz nicht zu spekulativen Zwecken dienen soll, irgendwie so, dass wir das besser finden, wenn Landwirtschaft als ein Familienunternehmen mit irgendwie immerhin Millionenbeträgen, die dann irgendwie in einer Verwandtenklientel gehören, organisiert ist, als wenn das zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft macht, von der wir alle Anteile kaufen können. Also diese, ich weiß nicht, man kann das vielleicht anders lesen, aber der Absatz mit dem Kleinbäuerlichen und nicht zu Spekulation, der weckt bei mir genau diese Assoziation. Und ich habe die Befürchtung, dass ich damit nicht alleine bin und dass vielleicht sogar sowas dahinter steht. Deswegen nur zur Erklärung zum letzten Beitrag. Frau? Ihr habt euch mit einem sehr grundlegenden Thema befasst und das erkenne ich erstmal an, dass ihr euch daran gewagt habt. Und am Ende ist es sehr schwer, die Welt als Ganzes für alle Menschen zu verbessern. Das ist fast nicht möglich, denn die Geschichte lehrt uns, dass die Welt immer in der Balance ist, sonst wäre die schon längst nicht mehr da. Und die bleibt auch in der Balance. Das heißt, was dem Menschen bleibt, ist sich zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Sich zu entscheiden, auf welcher Seite man stehen will. Und wir Piraten als Partei können letztendlich auch nur unsere Grundwerte versuchen, in das Programm einzubetten und zu erklären, warum wir zum Beispiel Partizipation für eine gute Sache halten. Und ich halte diesen Antrag in diesem Sinne für eine sehr gute Sache, weil es eine Erinnerung ist. In einem Land, wo uns die Dosen im Supermarkt, sage ich mal, über den Kopf wachsen. Da können wir uns mit diesem Antrag daran erinnern, dass das wichtig ist, dass man auch weiß, wie viel Mühe das ist, den Flug über den Acker zu ziehen und sich für sich und seine Familie etwas zu erwirtschaften, auch wenn man gar kein Geld mehr hat. Und deswegen finde ich das schön, dass ihr das betont habt, Verteilungsgerechtigkeit. Und finde das gut, dass ihr das in diese Worte eingebettet habt, dass wir Piraten tatsächlich über diese Verbindung der Ehrlichkeit und der Verständlichkeit unserer Darstellung, dem Schutz der Familie und des Zuhauses und der elementaren Heimat und der Teilhabe, dass wir das verwirklichen in diesem Antrag, in dem wir sagen, jeder Mensch soll das Recht haben, für sich und seine Familie etwas zu essen anzubauen, wenn er es nicht erwirtschaften kann. Und deswegen finde ich das einen guten Antrag und ich bitte die Versammlung, den anzunehmen. Vielen Dank. Darf man auch noch mal eine Frage stellen? Ist das eine Verständnisfrage? Nein, das ist eine... Dann nicht. Dann kannst du das entweder als Pro- oder als Contra-Argument... Dann ein Contra. Okay. Und zwar, das, was ich gerade angesprochen hatte, wollte ich nochmal ansprechen. Wir haben nämlich im Wahlprogramm 2014 drin stehen, den Satz, den ich jetzt einmal vorlesen will, den ich sehr schön und klar finde, der meiner Meinung nach fehlt. Ich finde den Antrag nach wie vor gut und mir fehlt halt nur dieser Satz. Wir Piraten setzen uns dafür ein, dass künftig keine öffentlichen Gelder in Form von Agroarsubventionen ohne Gegenleistung in den Bereichen Klima, Umwelt, Natur sowie Tier- und Artenschutz vergeben werden. Das ist, finde ich, ein ganz klarer, richtig einfach verständlicher Satz für jeden, was mit Greening gemeint ist, ohne dass der Begriff auftaucht. Das wäre mir sehr wichtig, dass wir sowas wieder reinnehmen, weil Nachhaltigkeit ist immer so ein bisschen nebulös. Das kann immer alles Mögliche bedeuten. Danke. Nächster Pro. Die AG Landwirtschaft hat sich mit dem Antrag unheimlich Mühe gegeben. Wir haben uns da echt die Köpfe heiß geredet und wirklich alles abgewägt. Ich war mit dabei, ich bin in der AG Landwirtschaft und ich bitte euch den Antrag, so wie er ist, anzunehmen. Danke. Wir haben keinen Kontra. Wir hatten fünf Pro. Ich frage deswegen die Versammlung. Gibt es weiteren Diskurs? Moment. Was denn? Möchtest du einen Kontra-Beitrag leisten? Dann machen wir erst noch den Kontra-Beitrag. Diese Sache muss man vielleicht zurücknehmen und neu überlegen. Lämmesmittelproduktion ist eine sehr, sehr sensible Sache. Und ich habe Hunger genug gehabt, bevor die Prestizide und die Kunstdünger gekommen sind. Und irgendwann sind die gekommen und sind wir satt geworden. Diese Erde, die hat jetzt knapp acht Milliarden Menschen. Die müssen alle was zum Futter kriegen. Und wir werden es nicht schaffen, wenn wir alles wegmachen und wir gehen wieder mit der Sänse auf den Allm und versuchen wir da Agrarproduktion zu erzeugen. Für alle Menschen. Da gibt es nur eins. Entweder vier Milliarden Menschen eliminieren oder wir müssen gucken, wie schaffen wir was in der Zukunft, dass wir die Satt kriegen, ohne die kaputt zu machen. Gut. Wir kommen jetzt zur Abstimmung darüber, ob wir weiteren Diskussionsbedarf haben des Antrags bezüglich. Das ist mehrheitlich nicht der Fall. Damit hast du dein Abschlussstatement. Ja, ich hoffe, es ist uns die, ich gehe nochmal auf den Schutz der kleinbäuerlichen Strukturen ein. Wir wollen, wir haben explizit nur diesen Schutz der kleinbäuerlichen Strukturen hineingeschrieben. Das schließt nicht aus, dass wir auch großbäuerliche Strukturen haben. Und auch der Besitz in Bezug auf Landbesitz, es schließt aus, dass damit spekuliert wird, ohne dass damit eine Agrarproduktion verbunden ist. Weil das muss nämlich dringend verknüpft werden. Es kann nicht sein, dass Konzerne einfach nur Land kaufen und damit spekulieren und dann auch von Grunderwerbssteuern befreit sind. Das war unser Anliegen. Und ich möchte einmal noch die Kritiker von vorhin damit wieder einfangen. Es geht darum, dass wir wirklich das Große, das Kleine, dass wir diese Möglichkeiten nebeneinander haben, dass wir einfach da auch Gerechtigkeit schaffen. Mehr Gerechtigkeit und das natürlich auch durch Transparenz und durch Vielfalt. Danke. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag. Und ich bitte jetzt um eure Karten. Herzlichen Dank. Der Antrag ist angenommen. Und ich habe Nachricht von meinem Wahlleiter, dass wir ein Ergebnis haben. Deswegen würde ich ihm jetzt gerne das Wort erteilen. Ist der vor mir, hinter mir, bei mir geistig bestimmt? Hallo, liebe Versammlung. Wir waren gerade in Wahlgang 6 stellvertretender Generalsekretär. Bei 232 akkreditierten Piraten hier haben wir abgegebene Stimmen 159. Davon ungültige Stimmen 0, gültige Stimmen 159. Entsprechend ist das Quorum bei 159 einzeln Sinn, sagen wir 80. 80 erreicht. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal so pro forma. Ich fange mal von unten aufsteigender Reihenfolge an. Mit 60 Ja-Stimmen 37,74 Prozent Frank Grenda. Mit 104 Ja-Stimmen 65,41 Prozent Boris Sobieski. Somit, Boris, hätte ich dich gerne auf der Bühne. Lieber Boris, die Versammlung hat dich zum stellvertretenden Generalsekretär gewählt. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Möchtest du noch etwas sagen? Dann, wie ist das? Ja. Also, danke nochmal an die Versammlung. Und ich bin nochmal darauf hingewiesen worden, auch wenn ich es vorher schon gesagt habe. Ja, ich bin ja noch in anderen Vorständen vertreten. Aber es steht auch so bei mir in der Kandidatur im Wiki. Ich bin stellvertretender Vorsitzender im Landesverband Baden-Württemberg. Und auch noch Vorsitzender im Bezirksverband Südwürttemberg. Und bis zum 31.12., so die Urabstimmung durchgeht und der KV aufgelöst wird, noch im KV Reutling-Tübingen. Habe ich? Ja? Danke. Gut, Dankeschön. Bevor der Wahlleiter jetzt weitermacht, erteile ich ganz kurz das Wort an unseren Vorsitzenden. Das ist eine kurze Programminformation. Ich würde gerne mit den Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden der Landesverbände um 13 Uhr ein kleines Treffen machen. Sie würden uns da vorne am Gang zu den Klassenzimmern treffen für einen kurzen ersten Chat. Dankeschön. So, wir kommen zur Wahl des zweiten stellvertretenden Generalsekretärs. Auch das ist wieder optional. Und aus diesem Grunde jetzt erstmal die Frage an die Versammlung. Wollen wir dieses Amt besetzen, ja oder nein? Ja, ihr wollt dieses Amt nicht besetzen. Damit habt ihr mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Das ist schön. Aber das macht überhaupt nichts, weil ich darf nämlich, oder ich übergebe jetzt an den Michel und dann soll der mit dem Konzept weitermachen. Was ist denn dein Konzept? Ja, keins. Okay, komm. Kein Konzept kann ich. Ach, danke. 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 Du hättest einfach hier den Redeslot aufrufen können, dann hast du Zeit zu überlegen, was dein Konzept ist. Ja, aber das überlasse ich dir. Okay. Herr Waller, da möchtest du was sagen? Nö. Gut. Wir müssen auch bei jetzt allen noch ein Konzept sagen. Ne, wir machen das jetzt so, damit wir uns ein Konzept überlegen können. Wir haben eine Anmeldung zu einem Redeslot. Jonathan, ich kann es nicht lesen, Babel Lotzki möchte gerne was zum Thema Save Your Internet, Kunstaktion gegen die EU-Urheberrechtsreform sagen. Angemeldet sind ein bis zwei Minuten, du bekommst drei, weil wir so viel Zeit brauchen. Dein Redeslot. Wunderbar. Es ist eine wirklich kurze Geschichte. Okay, okay, okay. Viele kennen mich, ich bin der Typ, der den Rap veröffentlicht hat, der von der Woche so ein bisschen rumgegangen ist. Neben meinen ganzen Geschichten zu Kunst im musikalischen Sinne, bin ich auch noch Themenbeauftragte für Save Your Internet, also die EU-Urheberrechtsreform, die Protestaktion dagegen für den Landesverband Bayern. Und aktuell haben wir die Geschichte, wir haben am 26.11. die nächsten Trilogverhandlungen und dementsprechend ist die ganze Geschichte ein bisschen kurzfristig angefahren. Wir haben im Endeffekt jetzt nur eine Woche die ganze Sache anzukündigen. Wir haben am 24.11. auch was mit Kunst, nämlich eine Kunstaktion, bei der wir das Internet beerdigen werden, um auf die ganze Urheberrechtsreform aufmerksam zu machen. Wir haben aktuell ziemlich viel Hype, nachdem Susan Wojcicki, die CEO von YouTube, angekündigt hat, dass YouTube sich möglicherweise gezwungen sehen wird, viele Kanäle zu löschen, wenn die Urheberrechtsreform durchkommt. Und dementsprechend, die Aufmerksamkeit ist da. Ich habe einen Haufen an YouTubern organisiert, die unsere Kunstaktion am 24.11. filmtechnisch begleiten werden und auch klar Positionen zu der Piratenpartei beziehen werden. Wir laufen allerdings nach aktuellem Stand große Gefahr, dass wir deutlich mehr YouTuber als Piraten auf dieser Kunstaktion haben werden. Und daher kommt meine Bitte. Ich habe nicht die Netzwerke in der Piratenpartei, um wirklich große Menge an Leuten zu mobilisieren. Und deswegen brauche ich jeden Einzelnen von euch. Ihr kennt sicher alle Leute, von denen irgendwer Zeit hat, am 24.11. nach München zu fahren. Die ganze Aktion läuft von 14 bis 15 Uhr. Das heißt, für die, die nah an München dran wohnen, ist es auch eine Anreise und Abreise an einem Tag. Für alle anderen finden wir sicher Mittel und Wege. Ich bitte euch, dass ihr Leute auftreibt für die Aktion, damit die YouTuber, die im Endeffekt für uns Stellung beziehen werden. Wir haben einen Zugriff auf eine Reichweite, die wir seit langem nicht mehr hatten, damit die auch wirklich verbreiten können. Hier sind eine Menge Piraten und die machen etwas. Danke. Gut, dann übergebe ich das Wort jetzt wieder an den Wahlleiter. Vielen Dank. So, liebe Versammlung. In der Reihenfolge der Ämter haben wir jetzt auf der Liste den politischen Geschäftsführer oder die politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Das ist der nächste Wahlgang. Zudem ist die Kandidaturenliste weiterhin offen. Aber sofern mir jetzt niemand anzeigt, dass er hierfür als Polgev kandidieren möchte, Was entsprechenderweise nicht der Fall ist, schließe ich hiermit die Kandidatenliste für das Amt des politischen Geschäftsführers. Wir haben, wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe, zwei Kandidaten. Das Frontoffice hat mir gerade eben gesagt. Übrigens, Janine ist wieder da. Sie wurde aus der Geiselhaft befreit. Für alle, die es noch nicht wissen. Wir haben drei Kandidaten. Diese Kandidaten sind Alexander Schestak, Sascha Ruschel und Daniel Mönch. So, K-L-M-N-O-P-Q-S. Immer noch alphabetisch. Im Moment, auf dem Beamer ist es falsch angezeigt. Hier fängt natürlich, jetzt ist es richtig angezeigt, alphabetisch. Der Daniel fängt an, danach der Sascha und dann der Alexander. So, wir bereiten alles vor. Das sind die Kandidaten, das ist der Michel. Dem gebe ich das jetzt weiter, der macht. Gut, also ihr habt das gestern schon besprochen, muss ich gar nichts mehr sagen. Ich gebe dir jetzt das Mikro nach vorne und muss wieder hier umdenken. Das wird das Schwierigste. Nein, das war nicht meine Hose, die gerissen ist, das war das Gaffa-Tape. Was ihr hier wieder denkt. Mein Backoffice. Ja, ihr kennt das von gestern, wir machen die Vorstellung jetzt hier unten. Daniel hat als erstes das Wort, du hast fünf Minuten. Bitteschön. Achso, Entschuldigung, du hast dich schon vorgestellt. Du hast nur eine Minute. Alles klar, dann. Fair Play und so. Ja, guten Morgen, liebe Piraten. Ihr habt gestern schon gehört, was so die Themen sind, für die ich mich einsetzen möchte. Jetzt habt ihr nochmal bei der Polgev-Wahl haben viele von euch gesagt, hey, wir hätten dich lieber als Polgev als als 1V. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt bitte ans Mikro und stellt mir die Fragen. Gut. Ich sehe allerdings niemanden am Fragenmikrofon. 3, 2, 1, da kommt jemand gelaufen. Oh, große Völkerwanderung. Auf einmal laufen zwei. Dann bitte ans Pro-Mikrofon für die Fragen und Frage Nummer 1. Also, wir haben ja immer jede Woche unser Polgev-Mampel, wo die Polgevs der Länder auch vertreten sind und eigentlich auch die Polgevs des Bundesverbands. Nun haben wir in der Vergangenheit, die letzten zwei Jahre immer das Problem gehabt, dass nie ein erster Polgev da war, sondern maximal der zweite Polgev oder die zweite Polgev. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du, wenn du gewählt wirst, dann auch diese Runden dort auch teilnehmen? Bin ich da? Gut. Ja, selbstverständlich. Ich nehme auch jetzt schon an den Runden teil. Allerdings würde ich ein wenig was ändern, denn es ist sehr, sehr, sehr schwer, dieser Fokus auf das Berichtswesen in der Polgev-Runde. Und ich würde gerne den Fokus auf politische Arbeit und politische Aktionen, die wir Landesverbands übergreifend machen, die dort besprechen, die dort planen, sodass die politischen Geschäftsführer etwas zum Mitnehmen haben von dort. Ja, das wäre sehr schön. Wir tun uns das seit ein paar Jahren an. Das ist alles extrem langweilig. Also, wenn da wieder frische Luft reinkommt, wäre ich sehr zufrieden. Wie sieht es mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus? Die ja dieses Mal erstmalig der politische Geschäftsführer sich beansprucht hat mit dem schon sehr bekannten Ergebnis, dass alles zum Erliegen gekommen ist. Also, wie machen wir das denn in der Zukunft? Gibt es sogar eine AG-Bundespresse? Kleiner Hinweis. Muss nicht immer eine SG sein? Ja, selbstverständlich muss auch die Öffentlichkeitsarbeit neu aufgestellt werden. Wenn ich den Geschäftsbereich bekomme, dann würde das bedeuten, dass nur noch die Teamleader dieser Beauftragten, die unterworfen sind und alle anderen Piraten auch die Möglichkeit bekommen, sich dort einzubringen. Das heißt, dass nicht jeder Pirat, der irgendwie bei einer Pressemitteilung schreibt oder Öffentlichkeitsarbeit betreibt, auch direkt dieser Beauftragten, der unterworfen sein muss, sondern da es einen Teamleader gibt, der diese Antwortpflicht gegenüber dem Vorstand übernimmt und ein normales Mitglied kann einfach dort hingehen und mitarbeiten. Ist das noch eine Frage? Dann Frage 3, bitteschön. Ja, ich hätte mal ganz gern gewusst, wenn du die Presse offen halten willst, das heißt auf gut Deutsch, jeder, der denkt, er kann, macht mit. Wie willst du verhindern, dass Trolle und Leute, die eigentlich nur stören wollen oder der Meinung sind, du hast in deinen Veröffentlichungen nicht die politische Meinung, die er möchte, wie willst du verhindern, dass die stören? Also, das ist ja jetzt ein Phänomen, das du wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung kennst. Ja, kenne ich, aber das ist gar nicht so ein großes Problem. Es heißt, nur weil die Struktur offen ist, heißt es nicht, dass jeder dann plötzlich einen Zugang zur Bundeswebseite hat oder zum Presseverteiler. Dafür gibt es dann speziell beauftragte Menschen, die dann auch pflichtbewusst damit umgehen. Aber Ideen einbringen soll jeder dürfen und soll sich jeder befähigt zu fühlen. Wirst du so beständig sein, wie ich dich kenne, seit der, kennengelernt habe ich dich zur Europawahl, da hast du ja auch kandidiert. Liebe Sami, kannst du bitte eine Frage an den Kandidaten stellen und nicht deine Unterstützung in einer Frage unterbringen? Das ist jetzt nicht persönlich gegen dich. Ich möchte das grundsätzlich sagen, weil mir das auch bei anderen Kandidaten schon aufgefallen ist. Ihr könnt Kandidaten unterstützen, ist super, stellt euch hin, macht einen Daumen hoch oder was, aber versucht bitte nicht, eure Unterstützung in Fragen unterzubringen. Die Sami ist jetzt nicht die einzige, wie gesagt, wir kennen uns lang genug, ist nicht gegen dich. Stell entweder eine Frage oder stell dich neben ihn und sag, du bist ein toller Typ, bitte wählt den, alles super. Aber dieses verkappte Fragen stellen ist irgendwie doof und klaut uns allen Zeit, weil Unterstützung kann man auch anders darstellen. Danke. Du hast recht, Michel, danke. Du hast jetzt trotzdem das Mikro, bitte. Du hast recht, Michel, danke. Ich unterstütze Dani. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich würde dann jetzt die Frage Nummer 4 nochmal wiederholen lassen sozusagen, sehe aber keine Frage. Dann bleibt das auch so, vielen Dank. Achso, ich muss jetzt sagen, an wen du das Mikro gibst? Sascha Ruschel ist der Nächste. Der Sascha hat sich noch nicht vorgestellt, das heißt, du hast 5 Minuten Zeit. Bitte sehr. Ist das Mikro? Ja, super, alles an. Ja, hi. Einige kennen mich, einige kennen mich nicht. Die, die mich nicht kennen, zur Info, ich mache seit Ende 2013 bei der Öffentlichkeitsarbeit der Piraten mit. Noch lauter? Okay, dann gehe ich ein bisschen näher ran, ist kein Problem. Ich mache seit Ende 2013 Öffentlichkeitsarbeit der Piraten mit. Mein Bereich war da hauptsächlich Social Media. Ja, jetzt fragt ihr euch, wenn in der Öffentlichkeitsarbeit ist, warum mich kenne ich den vielleicht noch nicht? Ganz einfach, ich habe meistens bisher immer etwas ruhiger das Ganze gehandhabt, habe geguckt, dass das alles irgendwie läuft. Mein Credo ist grundsätzlich nicht labern, sondern machen. Und ja, das würde ich mir im Allgemeinen auch mehr wünschen. Ja, grundsätzlich kann ich mich den Sachen, die Danny gesagt hatte, relativ anschließen. Für meinen Stil, wie ich das handhaben werde, ist ganz klar gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt die 100%ige Rampensau. Das finden wir sicherlich noch garantiert bessere. Außerdem denke ich, dass für den EU-Wahlkampf hauptsächlich die Kandidaten nach vorne gestellt werden sollten. Und zumal Polgelf, mal gucken, wie lang überhaupt die Amtsphase ist. Also wenn wir jetzt jedes Jahr immer den Polgelf irgendwie in Pressesachen nach vorne schieben oder so, wenn er wieder wechselt, bringt das ja nicht so viel. Also mir wäre es grundsätzlich lieber, wenn wir Köpfe mit Themen wieder nach vorne bringen könnten, als wenn es jetzt irgendwie ein Vorstandsmitglied das irgendwann vielleicht wieder wechselt. Ja, ich glaube erstmal, stellt einfach Fragen. Ich mag es eigentlich lieber, wenn er Fragen stellt. Das ist mir grundsätzlich viel lieber. Dann Fragen an die Kandidaten, bitte ans Pro-Mikrofon, Frage Nummer 1. Du sagst, du arbeitest lieber so im Hintergrund und spielst dich wahrscheinlich dann auch nicht so in den Vordergrund. Jetzt ist es ja aber so, Politik ist auch so ein bisschen Verkaufen, Ideen verkaufen, politische Ansätze verkaufen. Die Frage ist, als politischer Geschäftsführer wird sicher auch mal der ein oder andere Journalist auf dich zukommen, gerade im Wahlkampf. Meinst du, das liegt dir trotzdem, du kannst es trotzdem auch, wenn du eher nicht so extrovertiert bist oder nicht so ein starkes Sendungsbewusstsein mitbringst? Dass ich nicht so extrovertiert bin, hatte bisher mit meiner Tätigkeit zu tun. Ich kann das durchaus auch mal sein. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt noch nicht irgendwie mit Journalisten geredet habe. Ich glaube, in meiner gesamten Amtszeit wurde ich zu Social Media, wurden irgendwie drei Artikel veröffentlicht, wo ich daran mitgewirkt habe, die dann auch mal in der Presse waren. Sind mittlerweile einige wieder von den Zeitungen runtergenommen worden, weil einfach im Laufe der Zeit, wenn die zu alt sind, wäre das wieder runtergenommen. Ich glaube, bei NRW war das eine Zeitung, die hatte was gehabt. Aber ich habe kein Problem, mit der Presse zu reden und kriege ich hin. Sascha, die gleiche Frage stelle ich hier nochmal. Du hattest ja schon mal ein kleines Problem, dass du dann sagst, ich mache Social Media nicht mehr. Dann hast du es nach einer gewissen Überlebungsfrist wieder aufgenommen. Was waren deine Beweggründe dafür? Und auch deine Vorstellungen zur Organisation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit würde mich interessieren. Ja, ganz einfach. Es wurde bitte, bitte, bitte gesagt. Dann habe ich es wieder gemacht. Nein, also ich hatte mich, ich muss dazu sagen, ich hatte mich jetzt im letzten Jahr ein bisschen zurückgezogen aus dem Social Media Bereich. Ganz einfach, weil ich bewusst eine Pause holen wollte oder machen wollte. Öffentlichkeitsarbeit ist ein Nervenschredder. Das ist genauso wie beim Bundesvorstand. Menschen, die da arbeiten, die kriegen ziemlich viel Druck. Ich weiß das. Ich habe, wie gesagt, seit Ende 2013 mitgemacht. Die Gates, ich will sie jetzt nicht nochmal alle aufzählen, die habe ich alle im Social Media mitgemacht. Alles, was da ankam. Das ist enormer Druck und deswegen sollte man auch Pausen mal machen. Jetzt habe ich mich erholt. Ich habe extra jetzt, falls ich gewählt werde, beziehungsweise auch noch nicht, selbst wenn ich nicht gewählt werden sollte, habe ich mir jetzt Zeit genommen. Bis zum Ende des Jahres habe ich frei von meiner Arbeit. Ich bin nur für die Piratenpartei dann zuständig. Also wie gesagt, ab morgen oder beziehungsweise heute Abend, wenn ich zu Hause bin, geht es los bis zum Ende des Jahres. Nächstes Jahr habe ich die Arbeit auf 50% reduziert bis zum 26. Mai. Also ich denke mal, da bringe ich zeitlich schon mal relativ viel mit. Organisationsstruktur war da eine zweite Frage. Ja, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Organisationsstruktur. Okay. Hatte Danny ja schon gesagt, deswegen, ich hatte mich ihm angeschlossen. Grundsätzlich hätte ich gerne wieder das alte Prinzip, dass wir einen Verantwortlichen hätten, der quasi als Teamleader oben dran steht, aber das Ganze doch relativ als flache Hierarchie. Das heißt, es gibt jemand, der steht vorne dran, der fängt auch dann mal zum Beispiel den Mist ab. Das hatte ich damals gemacht, wenn irgendwie Leute angegriffen worden sind von mir im Team oder so, habe ich gesagt, wendet euch an mich. Ich kläre das erstmal und dann ging das meistens, war das kein Problem. Letzter Satz. Entschuldigung. Ach, das war schon der letzte Satz? Ja, du hast mich jetzt gerade ein bisschen rausgebracht. Entschuldigung, ein Satz kannst du noch, hau rein. Nee, passt, ist fertig. Okay, alles klar. Dann Frage Nummer vier. Das ist eine Frage, Michelle. Ich möchte gerne von dir wissen, welche Fähigkeiten dich auszeichnen, speziell als politischer Geschäftsführer und in einem Team zu arbeiten. Ja, die Erfahrung, die Zeit, hatte ich ja schon gesagt. Ich denke, ich kann relativ gut mit Menschen. Also das ist auch nochmal so ein Faktor, den darf man nicht vergessen. Also als Teamleader, sage ich jetzt mal, wo man da ja auch irgendwie so ein bisschen oben steht, sollte man sehr gut mit den Menschen können. Und gerade bei der Ehrenamtsarbeit, da darf man nicht so vorgehen, als wenn das irgendwie auf der Arbeit irgendwelche Leute wären, wo einem unterstellt sind, sondern da muss man auch ein bisschen sachter rangehen. Man muss halt gucken, wie die Leute selber auch Zeit haben. Also man muss da so ein Gespür für haben. Das kann ich, glaube ich, relativ gut. Ich weiß nicht, ihr könnt auch mal Leute fragen, die mit mir gearbeitet haben. Die werden das wahrscheinlich bestätigen. Ach so, und übrigens Mediation, ja, können wir machen. Das ist ja sonst eine Frage. Frage Nummer 5. Jetzt wissen wir ja, Polgevs und Wortwahl, sei es schriftlich oder mündlich, ist es immer anspruchsvoll. Es sagt auch so vorhin, grundsätzlich relativ unterstützt du irgendwelche Dinge. Was ist denn grundsätzlich relativ? Eine ungünstige Wortwahl ist das. Ihr kennt das Prozedere, das waren fünf Fragesteller. Soll der Kandidat weiter befragt werden? Dann grün, wenn nein, dann bitte orange. Ja, wir sehen überwiegend orange. Damit ist die Befragung beendet. Und wir kommen zum Alexander Schestag, Kandidat Nummer 3. Alexander, du hattest dich schon vorgestellt, du hast also eine Minute Zeit. Guten Morgen. Die Minute brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Ich habe ja gestern schon relativ viel zu mir gesagt. Und ich denke, das Profil, das ich gestern vorgestellt habe, das passt auch gut auf den Polgf. Zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde ja jetzt schon sehr viel gesagt. Ich würde das genauso sehen wie meine beiden Mitbewerber. Flache Hierarchien, aber einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche kann natürlich auch sein, klar. Ein zweiter Punkt, den ich allerdings sehen würde, ist die interne Kommunikation und die Kommunikation, die wir als Piratenpartei nach außen geben. Und wie ich gestern schon gesagt habe, da muss sich was ändern. Dass wir nicht mehr auf der menschlichen Ebene aufeinander rumhacken in der Öffentlichkeit. Sondern dass wir versuchen, sachlich miteinander zu diskutieren. Letzter Satz. Vielleicht auch intern und so. Ja. Okay. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Das ist eine Frage am Pro-Mikrofon, dann bitte. Ja Alex, du hast ja auf Twitter mit mir mal diskutiert zum Thema Alexa und dass das datenschutzmäßig für dich nicht so kritisch ist und dass du es auch für eine Verschwörungstheorie hältst, auf die Idee zu kommen, man könnte damit belauscht werden. Jetzt sind wir ja eine Datenschutzpartei und ich glaube, du bist mit der Position nicht wirklich mehrheitsfähig hier. Kannst du denn auch eine andere Position vertreten? Ich denke, da geht es nicht um Positionen, sondern darum, was nach außen zu tragen. Klar, wenn jemand was anderes schreibt, werde ich das auch veröffentlichen, ist klar. Ich halte es für eine Verschwörungstheorie zu sagen, dass das Ding uns unbedingt belauscht, wenn wir jetzt nicht das Stichwort oder sowas sagen. Die Diskussion hatten wir länger. Also es gibt Belege dafür, dass das Ding nur aktiviert wird, wenn wirklich das Aktivierungsstichwort gesagt wird. Gibt es weitere Fragen? Bitte ans Pro-Mikro. Du stehst am Kontra-Mikrofon. Gut, Frage Nummer zwei. Alexander, wir sind die Partei für Politik zum Mitmachen. Für Politik zum Mitmachen bedeutet, hier kommen Menschen rein, die haben unsere Grundwerte, die Ehrlichkeit, die Verständlichkeit und den Schutz des Privaten und die Partizipation. Die Teilhaber und die Toleranz noch gar nicht verstanden und die kommen jetzt hier rein, machen Lärm, stellen sich ans Mikro und brüllen kräftig los. Wie kannst du als Einzelner das schaffen, dass wir diese Menschen hier willkommen heißen und der Partei wieder zu neuer Größe verhelfen? Als einzelner Mensch, der hier vor uns sitzt und sagt, ich bin im Prinzip auch nur einer von vielen. Wie geht das? Wenn sowas passiert, wenn jemand sowas macht, würde ich mit demjenigen unter vier Augen reden und sagen, hör mal, so geht es nicht. Bitte verhalte dich anders. Weitere Fragen sehe ich nicht. Wenn es noch eine gibt, bitte jetzt Richtung Mikrofon sich klar und deutlich bewegen. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Alexander. Dann ist jetzt wieder der Aufruf an den Wahlleiter, doch bitte hier hinzukommen und er winkt auch schon. Vielen Dank. So, ich habe meinen eigenen Mikroboy, wie ihr gerade eben gesehen habt. Liebe Versammlung, Wahl des politischen Geschäftsführers Piratenpartei Deutschland. Wie die Wahl des politischen Geschäftsführers Piratenpartei Deutschland. Wir sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Stimmzettel Nummer 9 und zwar in blau. So, ich hoffe, den hat noch jeder von euch auf dem Stimmzettel. Damit könnt ihr nämlich gleich wählen gehen. Wie immer faltet es so, dass oben Stimmzettel 9 für meine Wahlhelfer sichtbar ist. Die grüne Stimmkarte ist bitte mitzunehmen. Das Bändchen soll am Arm getragen werden. Wir haben drei Kandidaten. Ihr könnt für jeden Kandidat in das dafür vorgesehene Feld ein Kreuz machen. Ihr müsst es nicht. Wenn ihr sagt, der Kandidat ist fähig, das Amt des politischen Geschäftsführers auszuführen, dann macht ihr ein Kreuz. Wenn ihr denkt, er ist nicht der Richtige für diesen Job, macht ihr kein Kreuz. Ihr könnt bei jedem Kandidaten ein Kreuz machen. Ihr könnt aber auch einen leeren Stimmzettel abgeben, wenn ihr denkt, dass niemand hier diese Befähigung hätte. Dann wäre es eine Enthaltung, ein Nein und würde das Quorum erhöhen. So, so viel dazu. Wir haben es ja schon ein paar Mal durchgemacht. Meine Wahlhelfer stehen bereit. Die zeigen euch jetzt die leeren Urnen. So, auch die vier hat eine leere Urne. Perfekt. Nachdem ihr euch davon überzeugt habt, dass die Urnen leer sind, bitte ich meine Wahlhelfer, sich bereit zu machen. Meine Leo ist wahrscheinlich auch schon bereit. Das freut mich. Ich schaue mal in die Runde. So. Wir warten noch auf die vier, dass die vier zumacht. Ich habe euch gesehen, liebe Nummer eins. Ihr könnt schließen, liebe vier. Da alle Wahlurnen geschlossen sind und alle bereit sind, erkläre ich den Wahlgang zum politischen Geschäftsführer hiermit für eröffnet. Liebe Wahlhelfer, fangt bitte an. Vielen Dank. 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 Nur für das Protokoll. Ich übergebe an den Vincent. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe einmal eine kleine Erinnerung. Die 1V- und 2V der Landesverbände treffen sich jetzt draußen in einem Klassenzimmer. Bitte einmal dort hinkommen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein kleiner Aufruf. Ein kleiner Aufruf der Antragsteller vom Antrag SO 003, der Jens. der Möge sich bitte einmal am Frontoffice melden, da gibt es noch Klärungsbedarf. Vielen Dank. 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 Frau Vorsitzende Versammlung. Ich starte schon einmal den letzten Aufruf. Ich sehe, meine Wahlurnen sind da. Es ist auch nicht mehr viel los. Wer noch nicht gewählt hat, möge mir jetzt bitte ein Handzeichen geben oder mir ein sonstiges Zeichen und Richtung einer Urne laufen oder zumindest in eine Wahlkabine und dann zur Urne. Da ich niemanden mehr sehe, der zu einer Wahlurne läuft, schließe ich hiermit die Wahl zum politischen Geschäftsführer. Liebe Wahlhelfer, zählt bitte aus. Danke. So, als nächstes haben wir wieder einen kleinen Redeslot. Ich bitte den Rüdiger Feilstecke auf die Bühne, der möchte gerne was zum ständigen Mitgliedereinscheid in Niedersachsen erzählen und hat jetzt für fünf Minuten das Wort. Ja, leg los. Ja, ich würde gerne noch warten, bis wir ein paar Folien da haben. Kannst du es irgendwie? Blende zumindest mal rechts aus. Ja, wir haben in Niedersachsen vor etlichen Jahren schon uns einen ständigen Mitgliederentscheid in die Satzung geschrieben. Da hat es jetzt über die letzte Zeit ein paar Entwicklungen gegeben und ich bin als Beauftragter des Landesverbandes von unserem aktuellen Vorstand gebeten worden, nochmal hier ein paar Worte dazu zu sagen, wie das aktuell aussieht. Falls ihr euch das Live-System anschauen wollt, das ist gerade unter sme-nds.de. Ja, von den Aspekten her, klar, es gibt da so verschiedene Punkte, auf die man eingehen sollte. Ich habe vor, da sowohl auf die technischen, auf die juristischen Aspekte einzugehen, dass da eigentlich jetzt keine Fragen offen bleiben sollten, aber es ist in der Zeit natürlich auch nicht richtig tief. Ja, was wollten wir machen? Wir wollen politische Beschlüsse treffen, die den Positionspapieren der Landesmitgliederversammlung gleichgestellt sein sollen. Und das ist also ein klares Ziel für den SME. Wir wollen dieses online tun und wir wollen dies in den bekannten zwei Kammermodellen tun in Niedersachsen. Das, was wir auch tun werden, sind die Beschlüsse, die aus dem SME rausfallen bei der nächsten Landesmitgliederversammlung, prioritär zu behandeln, also möglichst weit vorne. Das haben wir schon so in unserer Satzung stehen. Also das sind die Satzungsformulierungen, die ihr dort seht. Zwei-Kammer-Modell bedeutet ganz normal, man hat diese Politiker-Kammer, in der jeder Antragsberechtigt ist, also jeder Teilnehmer Antragsberechtigt ist, in der es natürlich Pseudonyme Abstimmungen gibt, in denen es so etwas wie ein Delegationsmodell gibt, diesen Antragsverlauf, den ihr vielleicht noch aus 2012, 2011 kennt. Und wir haben ein etwas anderes Delegationsmodell gewählt, nämlich Präferenzdelegation mit einer Obergrenze. Komme ich nachher nochmal darauf zurück. Die zweite Kammer ist eine ganz normale Online-Abstimmung, so wie wir das sonst auch haben. Und die Kombination dieser beiden Kammern ergibt den ständigen Mitgliederentscheid. Technisch beruht das Ganze auf einem Liquid-Feedback-Fork, den ich bei einem bayerischen Piraten gefunden habe, den ich aber nicht kennengelernt habe. Also falls der hier ist, komm mal vorbei. Und das Ganze beruht auf der Liquid-Feedback-Software, die ihr vielleicht noch aus 2012 kennt. Das, was implementiert worden ist, sind eben diese sogenannten Präferenzdelegationen. Das heißt, ich wähle einen ersten Delegierten, ich suche mir einen expliziten zweiten Delegierten raus und eventuell noch einen dritten. Und wenn der erste nicht abstimmt, ist der zweite dran. Ich habe also da immer eine volle Kontrolle darüber, wer für mich abstimmt, wenn ich es selber nicht tue. Das war ja eine, dieses transitive Modell war ja ein wesentlicher Kritikpunkt am Liquid. Das hat unsere LMV anders entschieden. Ebenfalls entschieden hat sie, dass sie eine Obergrenze haben möchte, wie viele Delegationen ein- bzw. ausgehen. Und natürlich sind das jeweils die gleiche Anzahl an Delegationen. Ja, daneben gibt es halt noch so die ganzen weiteren Features. Also sowas wie Benachrichtigungen pro Kontraargument, Abstimmungskommentare. Die Mitglieder wollten eingehende Delegationen ablehnen können, wollten sie so haben, habe ich jetzt mal so umgesetzt. Es gibt noch die Regelung, dass das Abstimmungsende festgelegt werden soll. Das heißt, wir haben jetzt bei den Testabstimmungen den netten Effekt, dass eigentlich immer was läuft. Man kann sich einloggen und es kann abgestimmt werden. Und ja, noch so ein paar andere Feature wie Liste der Top-Delegierten oder Mitglieder, die wie ich abgestimmt haben, damit man mal sich gut vernetzen kann. Was war wesentlich? Der Datenschutz natürlich ist bei so einem System immer Problem. Ich habe frühzeitig mit unserem Datenschutzbeauftragten den Kontakt gesucht. Der hat Anregungen gehabt, hat Sachen gefordert, die umzusetzen sind. Die habe ich umgesetzt, habe mich mit ihm geeinigt, dass das soweit okay ist. Und insofern sollten wir das okay haben. Aktuelles Stand ist, wir haben jetzt, ich habe vorhin nochmal geguckt, das sind jetzt 85 Registrierungen. Die erste Abstimmung läuft gerade, ist heute Nachmittag um 15 Uhr, wird sie beendet werden. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Es sind ein paar Nicklichkeiten gefunden worden. Einige, die ich jetzt auch noch abstellen will. Aber jetzt nichts wirklich Kritisches aktuell. Vom Ausblick her, sobald dann für alle Beteiligten das okay ist, gehen wir dann in den Live-Betrieb. Das heißt, wir werden dann keine Meinungsbilder mehr machen, sondern echte Beschlüsse. Der erste Beschluss wird ungefähr zwei Wochen dauern. Also ist für Anfang, Mitte Dezember zu erwarten. Und da wir eigentlich noch genug Anträge in der Pipeline haben, können wir das dann wahrscheinlich so ein Jahr lang betreiben, auf alle Fälle. Falls wer dazu fragt, ja okay, was war jetzt wesentlich dabei oder was braucht man, um das nachzumachen, holt euch den Konsens über den Vorstand, über die Partei, über die Beauftragten, denkt an eure Satzung, macht die zuerst und nehmt euch entsprechend viel Zeit. Für mich waren das jetzt seit der ersten Kurzzeile anderthalb Jahre, an die ich an dem Projekt dran bin. Einfach, weil es bei mir so lange dauert und ich für sowas nicht jeden Tag Zeit habe. Besten Dank. Live-System unter sme-nds.de. Testinstallation oft für alle Registrierungen oder ohne Einladungsschlüssel unter meiner raugo.de-Domain. Danke. Ja, dankeschön Rudi. Was genau möchtest du? Ja, okay, eine kleine Verständnisfrage dazu. Ja, nur ganz kurze Frage. Also mir geht es nicht um die Wahlcomputerproblematik, aber du sagst, die Abstimmungen habt ihr so gemacht, dass die pseudonymisiert sind. Gleichzeitig bietet ihr aber dieses Feature an Leute, die wie ich abgestimmt haben. Wie funktioniert dieses Dilemma, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig? Dein Screen, also der Einzeigename und dein Account im System ist nochmal durch eine Zwischendatenbank von der Mitgliederversammlung getrennt. Das heißt, du kannst dir dort in dem System ein starkes Pseudonym aussuchen. Wenn wir beide jetzt politisch ähnlich sind und ich dieses Feature nutze, sehe ich dann nur deinen Screen-Namen, den du dort benutzt. Also sprich, dein mehr oder weniger starkes Pseudonym weiß also unter Umständen gar nicht, wer sich hinter dir verbirgt. Okay, gut. Das ist jetzt eigentlich kein Diskussionsbeitrag. Also wenn das ja klärt, versucht das so zu klären. Wir können jetzt nicht hier Schlange stehen für lange Fragen. Wie bitte? Nein, keine Fragen mehr. Wir sind sowieso schon über der Zeit mit dem Redeslot. Wir machen jetzt weiter. Als nächstes steht dann der nächste Wahlprogrammantrag auf der Tagesordnung. Das ist der 006 von Thomas Gansko. So Thomas, du kannst loslegen. Ja, wunderschönen guten Tag auch von mir nochmal in diese nette kleine Runde. Es geht um das Europawahlprogramm. Dort haben wir einen Unterpunkt unter unseren Grundsätzen, unter denen wir Handelsabkommen zustimmen können. Der lautet aktuell, dass wir die Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards fordern. Damit sind ökonomische Mindeststandards, wie beispielsweise, dass ein Mindestlohn vorhanden sein muss, nicht umfasst. Gleichzeitig gibt es keinerlei Möglichkeiten, sicherzustellen, dass es auch irgendeine Art von Sanktionsmöglichkeiten gibt, wenn diese Mindeststandards eben nicht eingehalten werden. Dies zu gewährleisten, gibt es eine UN-Initiative, die versucht, einklagbare Rechte für alle Beteiligten in Ländern, die an Handelsabkommen mitwirken, tatsächlich festzulegen. Die deutsche Bundesregierung ist nicht amused darüber und dringt in der entsprechenden EU-Handelsgruppe dazu, dass eben ein solches Abkommen nicht eingegangen wird. Was nun dieser Programminhalt hier bewirken soll, ist, dass eben auch ökonomische Mindeststandards einklagbar als Forderung im Wahlprogramm enthalten sein sollen, damit wir Handelsverträgen zustimmen können. Dann machen wir weiter. Gibt es Verständnisfragen zu diesem Antrag? Dann bitte jetzt zum Mikrofon gehen. Ich sehe niemanden da hingehen. Auch gibt es Diskussionsbeiträge zu diesem Antrag? Möchte dazu irgendjemand sich äußern? Nö. Scheint auch keiner zu wollen. Dann kommen wir direkt zur Abstimmung. Nee, du hast noch mal ein Abschlussstatement. Möchtest du noch mal etwas dazu sagen? Ich hoffe auf eine breite Zustimmung. Danke. Okay, das haben wir gehört. Dann können wir jetzt abstimmen. Wer stimmt diesem Wahlprogrammantrag zu? Den bitte ich um grüne Stimmkarten. Wer dagegen ist? Die Orangenen. Das ist überwiegend grün. Dieser Antrag ist angenommen. Okay, dann habe ich mich da gerade vertan. Wir brauchen für Wahlprogrammanträge zwei Drittel Mehrheit. Das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Da müssen wir gerade noch mal genau gucken. Bitte noch einmal die Karten hochheben. Also damit keine Unklarheiten sind, jetzt Pro und Contra bitte abstimmen. Da ging noch Kontrakarten hoch, aber nicht genug. Der Antrag ist angenommen, auch mit zwei Drittel Mehrheit. Danke. Okay. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Antrag. Das ist... Ah, dann komm auf die Bühne. Dann verkünden wir erstmal unser nächstes Wahlergebnis gleich. Danke. 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 Ah, als wie zuvor. Liebe Versammlung, ihr hattet gerade den Wahlgang 7 zum politischen Geschäftsführer erfolgreich absolviert. Dazu beglückwünsche ich euch alle, denn wir haben 166 abgegebene Stimmen, ungültige Stimmen 0, daher gültige Stimmen 166. Ich fange einmal wieder in aufsteigender Reihenfolge der Stimmen an. 35 Stimmen, ergo 21,08 Prozent, entfielen auf Alexander Schestack. 78 Stimmen, 52,41 Prozent, entfielen auf Sascha Buschel. Und 101 Stimmen, 60,84 Prozent, entfielen auf Daniel Mönch. Somit Daniel, bitte. Bitte nicht fallen und wenn, verlangsam bitte. So, man hat mir gerade eben gesagt, es wäre Tradition, aber ich mache es trotzdem. Die Wahl, die Versammlung hat dich zum politischen Geschäftsführer gewählt. Meine Güte, sowas, sowas gibt es. Perfekt, dann nimmst du die Wahl an. Ich nehme die Wahl an, wir haben viel zu tun, packen wir es an. So, als nächstes hätten wir dann die nächste Wahl gegebenenfalls zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Dieses Amt ist aber wieder optional und von daher müssen wir jetzt zunächst einmal darüber abstimmen, möchten wir für den Daniel einen Stellvertreter wählen. Bitte mit Ja und Nein anzeigen, ob wir einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer wählen wollen oder natürlich eine stellvertretende politische Geschäftsführerin. Ich sehe, dass es eindeutig Ja und deswegen kommen wir dann zum nächsten Wahlgang. Und dafür übergebe ich wieder an den Wahlleiter. Ich fürchte, das bin ich. So, und wenn, freut es mich auf jeden Fall. Fangen wir mit den Formalias an. Ich habe noch die Wahlliste zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer geöffnet. Gut, ich hatte da gerade eben aber niemanden auf der Liste gesehen, wenn ich das im... Gut, es kommt eine Kandidatur, wie ich gehört habe, die Unterstützerunterschriften sind gerade am Sammeln. Das heißt, ich kann hier im Moment noch nichts machen, da im Moment die Kandidatenliste noch leer wäre. Warten wir also darauf, dass der Kandidat seine Unterstützerunterschriften noch vollkriegt. Dann bin ich wieder für euch da. Bis dahin tanze ich ein bisschen, singe und... Nein, ich übergebe an die Versammlungsleitung so lange. Okay, dann machen wir noch mal einen kleinen Redeslot zwischendurch. Ich habe hier eine Anmeldung von MyDarkStar zum Thema Bundespresse AG. Okay, einen Moment noch. Ja, ich höre gerade, dass wir die Unterschriftsliste jetzt... fertig haben, dann ist jetzt unser Wahlleiter. Wie ich hörte, haben wir eine erfolgreich abgegebene Kandidatur. Dann der letzte Aufruf. Möchte noch jemand als Kandidat zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer der Piratenpartei kandidieren? Handzeichen, alles nehme ich gerne an. Wenn nicht, dann schließe ich hiermit die Kandidatenliste zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Wir haben einen Kandidaten. Zur weiteren Bearbeitung übergebe ich an die Versammlungsleitung. Der Kandidat Sascha Ruschel kann aber gerne schon einmal in Richtung des Podiums kommen. So, du hattest dich ja schon einmal vorgestellt, deswegen hast du jetzt noch eine Minute, dich noch einmal vorzustellen. Ja, groß vorstellen muss ich mich nicht. Habe ich ja eben schon. Gut, kleine Erinnerung nochmal. Wir haben noch, glaube ich, tausend Unterstützungsunterschriften offen. Wir müssen noch mal ein bisschen was anpacken bis zum Ende des Jahres. Das ist eins, was ich jetzt sagen möchte. Ansonsten stellt mir bitte nochmal Fragen. Ich will euch nicht die Redezeit dauern. Okay, gibt es dann Kandidatenfragen, die ihr an Sascha stellen wollt? Dann bitte jetzt zum Mikro begeben, so dass ich das auch sehen kann, weil sonst schließen wir hier die Liste wieder. Nein, niemand möchte Fragen stellen. Damit können wir mit der Wahl direkt weitermachen. Wo ist der Wahlleiter? Dann, dann, ab. Dann hätte er ja gleich noch... Beschwerden bitte nur schriftlich. Danke. So, Internet ist kaputt, habe ich gehört. Aber das macht nichts. Denn ich kann euch auch so erzählen. Wir haben einen Kandidaten. Und zwar den Sascha Ruschel. Wir sind auf Stimmzettel 10. Der ist heute mal wieder weiß. Es läuft alles ab wie... Same procedure as every year oder every day. Ihr habt die grüne Stimmkarte. Ihr habt das Bändchen. Beides solltet ihr mitnehmen, zusammen mit dem Stimmzettel. Den Stimmzettel geheim in den Kabinen ausfüllen. Meine Wahlhelfer können sich schon einmal zu den Urnen begeben. Vielen Dank dafür schon einmal. Ihr habt die Möglichkeit, dass hier nur ein Kandidat zur Verfügung steht, entweder eure Zustimmung zu erklären durch ein Kreuz bei Ja oder eure Verneinung erklären bei einem Kreuz bei Nein. Also, wenn ihr dafür seid oder wenn ihr denkt, der Kandidat kann das Amt des stellvertretenden Polgev ausfüllen, macht ihr ein Kreuz bei Ja. Wenn ihr nicht dieser Meinung seid, macht ihr ein Kreuz bei Nein. Ich warte inzwischen mal, dass meine Wahlhelfer bereit sind. Dauert gerade eben noch einen kleinen Moment. Wahl ohne vier ist noch auf dem Weg. Gibt es Verständnisfragen? Wann habt ihr sonst noch irgendwas, was wir in der Zeit klären können? Ich habe gerade eben gehört, wir brauchen noch einen Wahlhelfer an Urne vier. Möchte noch jemand helfen? Perfekt. Kommst du dann nachher bitte einmal kurz zu uns, dass du die Wahlhelfererklärung noch ausfüllst? Gleich, nach der Wahl. Wenn ihr den Stimmzettel abgibt. Gut, nur kurz, liebe Versammlung neuer Wahlhelfer. Wenn ihr etwas dagegen habt, möget ihr jetzt sprechen. Ansonsten nehme ich diese Wahlhelferin mit. Danke. Gut. Ich habe lange und genug geredet. Jetzt sind mittlerweile alle Wahlhelfer bereit. Liebe Wahlhelfer, zeigt der Versammlung einmal die Urnen. Ihr habt euch davon überzeugt, dass die Wahlurnen leer sind. Macht die Wahlurnen bitte zu, liebe Wahlhelfer. Macht euch bereit. Wenn ich sehe, dass ihr bereit seid, Leo mir anzeigt, dass sie auch bereit ist. Perfekt. Dann, liebe Wahlhelfer, fangt an. Die Wahl ist eröffnet. Vielen Dank. 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 In der Ausführung des Kapitels, das jetzt heißt Demokratie-Upgrade für das Europa von heute, hätten wir gerne in das folgende Kapitel umgeschrieben, Stärkung der Demokratie in der Europäischen Union. Das war schon mal das Erste, wir wollen unterscheiden, was ist Europa, was ist Europäische Union, was ist Eurozone, da tatsächlich mal ordentlich eine Unterscheidung hinbekommen. Wir Piraten fordern, dass die Menschen mit Lebensmittelpunkt in den EU-Mitgliedstaaten auch in EU-weiten Abstimmungen direkt über die europäische Gesetzgebung mitentscheiden können. Dazu haben wir den Gedanken einer Europäischen Bürgerinitiative entwickelt, mit der Legislativvorschläge gemacht, aber auch EU-Gesetze gestoppt werden können. Die Europäische Bürgerinitiative soll in der Praxis leicht anwendbar und gebührenfrei sein. Sie kann wie Volksentscheide in Deutschland zweistufig angelegt werden. Die aktuelle Gesetzgebung der EU wird von der Exekutive der Europäischen Kommission zulasten der eigentlichen Legislative dem Europäischen Parlament dominiert. Deshalb fordern wir, die Gewaltenteilung zugunsten der Legislative neu zu gewichten. Hierfür sollen die Initiativen und Beschlussrechte des Europäischen Parlaments als parlamentarischer Gesetzgeber der EU ausgeweitet werden. Okay, das war es soweit. Dann gibt es Verständnisfragen zu diesem Antrag. Dann bitte ans Pro-Mikrofon treten und du kannst auslegen. Eine Frage, der endet jetzt mit der Forderung nach dem Initiativrecht für die Europäische Union in Punkt 2.1, den er ersetzt. Und dahinter kommt Punkt 2.2 mit dem Titel Initiativrecht für das Europäische Parlament. Ist das so beabsichtigt? Und wenn ja, wieso steht das beides so hintereinander? Okay, ich denke, das ist einfach der alten Struktur geschuldet. Ist aber, wenn ich es jetzt so überlege, tatsächlich auch sinnvoll, das tatsächlich so zu trennen. Man könnte es aber auch zusammenfassen, auch damit. Geht gut leben. Gibt es weitere Verständnisfragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir jetzt mit Pro-Contra weiter. Dann bitte an die Mikrofone anstellen und wir beginnen mit Pro. Okay, ich werde diese Initiative, diesen Antrag gerne unterstützen. Ich habe nur einen Kritikpunkt anzubringen. Das, was hier gefordert wird, verlangt eine Änderung der EU-Verträge. Und das hätte man reinbringen sollen, dass die Piratenpartei tatsächlich eine Veränderung, eine Modernisierung, eine Verbesserung der EU-Verträge verlangt. Dann Contra. Ja, ich glaube, es ist auch nicht mit der Änderung der EU-Verträge getan, weil es kein Staatsvolk in Europa gibt, das europaweite Abstimmungen machen kann. Wir können doch nicht eine Abstimmung machen, wo zum Beispiel ganz Italien dagegen ist und einem souveränen Staat wie Italien dann aufzwingen, was es zu tun hat. Das geht so nicht. Man muss einen Bundesstaat gründen mit einer demokratischen Verfassung und einem Staatsvolk, wie sich das gehört. Und dann kann man auch Demokratie und Gewaltenteilung mit Parlament und einem ganzen Pipapo machen. Das ist einfach so. Die EU ist kein Staat. Es hat kein Staatsvolk und kann natürlich kein Gesetz machen ohne die Zustimmung der nationalen Parlamente und Regierungen. Das geht halt so nicht. Tut mir leid. Wir haben die richtige Forderung in unserem Programm stehen, nämlich einen Verfassungsprozess, der zu einem Bundesstaat führt. Und dann kriegt man all das inklusive Volksabstimmung. Zu dem Punkt, der gerade kritisiert wurde, das ist glaube ich erstens nichts besonders Neues. Es ist wohl ja jetzt sogar präzisiert, Bürger mit Lebensmittelpunkt, also Menschen mit Lebensmittelpunkt in der Europäischen Union. Also in der Hinsicht ist das einfach präziser geworden. Der alte Kritikpunkt trifft auf den alten Text genauso zu, also der, den wir gerade gehört haben. Ich sehe hier wirklich eine behutsame Verbesserung, die geht mir nicht weit genug. Es sind Unschönheiten drin, die sind vorher auch noch drin, aber es ist einfach eine behutsame Verbesserung, sehr nah am alten Text. Und deswegen bin ich dafür, dass wir das jetzt zügig annehmen und gern im Nachgang irgendwie nochmal schöner und konsistenter machen. Okay, dann haben wir den nächsten Probeitrag, da Contra niemand steht. Ich sehe deinen Antrag als Beitrag zu mehr Demokratie und zwar zu mehr direkter Demokratie. Und wir müssen uns fragen, ob es Basisdemokratie wirklich braucht. Und darauf müssen wir auch eine Antwort geben, die überzeugend ist. Ich glaube, wir brauchen die direkte Mitbestimmung der Menschen, wenn wir sehen, dass in diesem Land, in diesem Nationalstaat, ein Mensch als Bundeskanzler kandidiert, der sich eine Million Euro legal in die Tasche steckt und das richtig findet und sagt, liebe Freunde vom Mittelstand, das ist doch hier völlig normal, das nicht daran auszusetzen. Das ist genau der Punkt, warum es die Piraten braucht, warum wir noch da sind und warum wir sagen, es ist wichtig, dass sich einzelne Menschen vor ein Mikrofon stellen können, können einen Antrag vorbringen und verlangen, dass darüber abgestimmt wird, dass ein besseres, gerechteres Verteilungsmodell für die Welt geschaffen wird, als das, was wir hier entgegennehmen müssen von den Politikern, die sich nicht zu schade sind, sich jedes Jahr selber die Diäten zu erfüllen. Vielen Dank. Also ich bitte euch auch, diesen Antrag anzunehmen, denn das, was meine Vorredner am Pro-Mikrofon gesagt haben, trifft auf diesen Antrag zu. Ist er bereits der Weisheit letzter Schluss vermutlich nicht, weil wir wollen ja weiter programmatisch arbeiten. Meinem Vorredner am Kontra-Mikrofon halte ich entgegen, dass es diese Staatsvolksdiskussion, die er jetzt hier führt, bezüglich dieses Antrages, ist es vollkommen unsinnig, das hier zu führen. Wir haben bereits eine Delegation bestimmter Souveränitätsfelder auf die EU, deswegen gibt es auch ein europäisches Parlament, was dort in diesen Feldern beispielsweise Beschlüsse fasst. Und wir sagen ja hier nur, dass wir neben die Beschlussfassung durch das Europäische Parlament, die wir im Übrigen stärken wollen, was auch Initiativrechte betrifft, auch noch das Mittel setzen wollen, dass in diesen jetzigen Politikfeldern eben halt auch EU-weit, ja, bürgernäher Politik gemacht werden kann. Danke, nehmt den Antrag an. So, einen Beitrag haben wir noch, da. Kontra steht niemand, dann mit Pro nochmal weiter. Ich wollte nur sagen, allgemein gefasst zu einer Kritik, dass im Moment vielleicht aus Verfassungsgründen oder wie die Politik konstituiert ist, Forderungen nicht möglich sind, dass das eigentlich so wichtig nicht ist. Denn Politik zu machen oder als Partei ein Programm sich zu geben, bedeutet ja auch immer, einen Gesellschaftsentwurf anzubieten und zu sagen, wenn wir die Möglichkeit hätten, Verfassung zu ändern, politische Prozesse zu ändern, dann ist das das Ziel. Damit geben wir Orientierung, damit zeigen wir den Menschen, was unsere Vorstellung von Politik ist. Wir verkaufen also letzten Endes eine politische Idee. Nichtsdestotrotz finde ich den Hinweis okay zu sagen, sowas kann dann auch in einem Antrag mit genannt oder in einem Parteiprogramm mit erwähnt werden, dass das unter den aktuellen Umständen nicht so leicht möglich ist, muss aber auch nicht sein. Weil, wie gesagt, es geht darum, die Idee zu vermitteln, das ganz allgemein dazu. Okay, dann hatten wir jetzt fünf Pro-Beiträge, kontra erst einen, aber dort will niemand mehr reden, dann stimmen wir jetzt erst einmal ab. Möchten wir weiter über diesen Antrag debattieren, bitte ja mit grün und nein mit orange Anzeigen. Das ist überwiegend orange. Wir debattieren den Antrag nicht weiter, aber der Antragsteller hat nochmal drei Minuten zu einem Abschlussstatement. Genau, also es ist genau richtig erfasst worden. Es geht tatsächlich darum, eine gesellschaftliche Vision, und das wird jetzt auch in den nachfolgenden Anträgen noch zu erkennen sein, diese tatsächlich auch zu vermitteln und zu transportieren. Wir sind absolut pro-europäisch und wollen eben auch genau dahin, was wir jetzt vorgeschlagen haben. Bitte stimmt diesem Antrag zu. Danke. Also wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, damit dieser Antrag angenommen wird, deswegen jetzt einmal bitte abstimmen. Bitte Ablehnung und Zustimmung gleichzeitig anzeigen. Ich würde sagen, da es ist eindeutig eine Zweidrittelmehrheit erreicht, der Antrag ist angenommen. Was macht die Wahlauszählung? Haben wir noch Zeit für den neuen Antrag? Zwei. Zwei Minuten noch bis zur Wahlauszählung, dann würde ich sagen, warten wir eben erst auf die Wahl. Okay, wir machen jetzt zwischendurch gerade nochmal einmal die Wahl der Kassenprüfer. Ja, haben wir dafür schon Kandidaten für die Kassenprüfer? Okay. 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 Wir brauchen mindestens zwei Kassenprüfer. Gibt es noch weitere Kandidaten für die Funktion des Kassenprüfers? Dann bitte jetzt melden. Fünf wären wünschenswert. Haben wir noch weitere Kandidaten, die sich vorstellen könnten, diese wichtige Funktion wahrzunehmen und unsere neuen Bundesschatzmeister zu überprüfen? Vielen Dank. Ich möchte jetzt noch darauf hinweisen. Es wäre wirklich gut, wenn wir fünf Kassenprüfer für den Bund finden würden. Es kann immer mal jemand ausfallen und wir wollen da ja dann nicht einer Person die ganze Arbeit alleine aufbürgen. Jetzt sind wir schon bei drei, wie ich das sehe, aber wir sind ein großer Bundesverband und ein Bundesverband braucht mehr Kassenprüfer. Bitte noch mehr Kandidaten für die Funktion des Kassenprüfers. Vier haben wir schon. Noch jemand auf dem Weg? Wir haben fünf Leute schon auf der Bühne. Sehr gut. Einmal schon mal einen Applaus für die Leute, die bereit sind, das zu machen. Und ja, dann könnt ihr euch jetzt einmal kurz vorstellen, da ich euren Namen jetzt nicht auf dem Zettel habe, werdet ihr euch über die Reihenfolge selber einig. Am besten in der Reihenfolge, wie ihr auf die Bühne gekommen seid, dann passt das irgendwie schon. Ja, dann mal bitte den... Bin ich jetzt zu hören? Bin ich jetzt zu hören? Jo. Also ich bin Norbert Boxberg. Ich habe die Kassenprüfung, die letzte mitgemacht. Von da aus wäre ich ja bereit, die nächste auch mitzumachen. Dankeschön. So, okay. Mein Name ist Georg von Borovicini. Ich kenne dieses Verfahren. Ich habe schon mehrfach Kassenprüfer gemacht. Aber ich überlege euch, ob ihr mich haben wollt. Ich habe nämlich leider erleben müssen, dass die Kassenprüfer einen negativen Bericht abgeliefert haben und die Versammlung dann einfach gesagt hat, was schert uns das, wir entlasten. Und für so eine Dummheit eigentlich bin ich nicht da. Also wenn ihr mir wählt, kriegt ihr einen richtig satten, eventuell positiven, das hätte ich glaube ich bei dem letzten Schatzmeister sehr gerne gemacht, Bericht. Oder ihr kriegt so richtig vorgeklatscht. Und dann möchte ich auch, dass ihr bereit seid, mal eine Entlastung nicht auszusprechen. Danke. Ich bin der Jan-Peter Rühmann aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich mache schon für mehrere verschiedene Vereine Kassenprüfer. Habe auch schon bei der Piratenpartei mehrere Kassenprüfungen. Eigentlich nicht auf Bundesebene, sondern nur auf Landesebene gemacht. Ich denke mal, das kriegen wir jetzt schon durchaus hin. Ja, ich bin Dirk Küsters aus Duisburg. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung sind mir beruflich bekannt. Die Fairness und Fußangeln politischer Arbeit und die Kassenführung dabei ist mir aus langjähriger politischer Erfahrung bekannt. Und ich weiß so ein paar Punkte, wo ich auf jeden Fall auch sicher darauf achten werde, wo vielleicht nicht jeder auf den ersten Blick drauf käme. Ja, schönen guten Tag. Ich heiße Jiri Zehula. Ich bin momentan schon aus Passau, seit 15 Jahren, sonst komme ich aus Tschechien. Also die Tätigkeit von Kassenprüfung ist mir bekannt von einem tschechischen Verein, wo ich auch Mitglied bin und erster Vorsitzender bin. Und ja, es ist nicht ein politisches Verein, also das ist ein Hobbyverein. Und ja, ich schließe mich zu dem, was der Kollege von mir gesagt hat. Ich schieße auch mit einem negativen Kassenprüfung durch und lasse ich dann hartnettig, dass es wirklich gut kommt. Danke. Okay, danke für eure Vorstellung. Jetzt einmal eine kleine Frage. Die Kassenprüfer werden ja per Akklamation gewählt, die wählen wir nicht per geheimer Wahl. Möchtet ihr über die Kassenprüfer einzeln abstimmen oder möchtet ihr alle on block wählen? Wenn ihr die einzeln abstimmen wollt, dann bitte die orangene Karte für on block, die grüne. Das ist eindeutig die Mehrheit für on block. Gibt es noch Fragen an die Kandidaten der Kassenprüfer? Möchte noch jemand Fragen stellen? Danke. Ja, bitte, ich stelle die Frage. Jetzt? Wunderbar, ihr seid euch da eigentlich oben. Gut, weil ihr einfach gar nicht zuhört. Vielleicht wäre es ja interessant, wenn die Kandidaten auch zuhören würden, wenn eine Frage gestellt wird. Das geht auch gerade an Georg. Ja, schön, guten Tag. Kassenprüfer ist dummerweise ein sehr verantwortungsvoller Job. Das sind nämlich die Einzigen, die haften für irgendwas in dieser Piratenpartei mit ihrem Privatvermögen. Da gibt es keine Begrenzung. Deswegen finde ich das auch mal, möchtet ihr das bitte mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt, eine Kassenprüfung muss dann schon ordentlich sein nach den gesetzlichen Bestimmungen, ganz klar. Und wenn es gesetzliche Bestimmungen gibt, sollte man sie nicht ignorieren oder in Frage stellen. Da gab es ja aus meiner Erfahrung ein paar Problemchen gerade in NRW. Und die würde ich nicht gerne auf den Bund verlagern wollen, sondern ich hätte gerne eine kontinuierliche Kassenprüfung. Nicht einmal im Jahr zum Schluss, wenn wir da gar keine Zeit mehr haben, sondern eine kontinuierliche Kassenprüfung. Wie stellt ihr euch dazu? Danke. Ganz einfach, als ich das letzte Mal Kassenprüfer war, das ist jetzt zwei oder drei Jahre her, ich habe mich nicht mehr so im Kopf, da haben wir dreimal geprüft. Wir sind in die P9 gegangen, haben alles durchgesehen. Nach dem ersten Mal natürlich nur noch das, was neu dazu gekommen ist. Jawohl, wir wollen kontinuierlich prüfen. Ich habe es allerdings leider auch erlebt, das war nicht bunt, dass die Kassenprüfer fünf Minuten vor ihrer Erklärung das ganze Ding vor die Füße gekippt haben. Und in so einem Fall, wenn ich nicht rechtzeitig meine Sachen kriege, werde ich schlicht und einfach sagen, keine Kassenprüfung möglich, keine Entlastung möglich. Ganz klipp und klar das. Es gibt die Möglichkeit, dass die Kassenprüfer einen permanenten Lesezugriff kriegen, sodass sie dann auch von ihrem PC aus auf die Buchungsgänge, also Einsicht bekommen, sodass diese permanente Prüfung möglich ist. Und ich denke, dass wir dieses dann auch versuchen einzurecht, dass wir das bekommen. Und untereinander läuft dann die Abstimmung über die Kassenprüferliste bunt, die nur den Kassenprüfern zugänglich ist, sodass wir da auch permanent eine Abstimmung vornehmen können. Also natürlich wäre es am besten, wenn man mindestens zweimal, besser viermal im Jahr prüfen würde. Und natürlich persönlich, das Entscheidende dabei nach meiner Erfahrung ist eigentlich eher die Absprache zwischen den Kassenprüfern als wirklich die Terminfindung mit der Buchführung. Und das hoffe ich, dass wir das hinkriegen. Auch mir ist die Verantwortlichkeit bewusst und ich setze mich dafür ein, dass es wirklich alles in Ordnung wird. Ja, der Kass, der Schatzmeister muss bewusst sein, dass die Kassenprüfer ihn jederzeit fragen können, was der aktuelle Stand ist. Und dann sollte zum Beispiel nach der Möglichkeit die Barkasse nicht miese haben und so weiter. Rechnet damit, liebe Schatzmeisterei. Aber das Wichtigste finde ich natürlich, dass der Jahresabschluss ordentlich geprüft ist. Und das ist die absolute Pflichtaufgabe. Und der Rest ist dann Absprache zwischen den Kassenprüfern. Okay. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann wurde ich gerade noch darauf hingewiesen, dass wir, da es ja doch um Personen geht, nach dem Parteiengesetz dazu verpflichtet sind, darüber abzustimmen, ob wir per Akklamation wählen wollen oder ob ihr geheim wählen wollt. Deswegen, wer dafür ist, dass wir die Kassenprüfer jetzt per Akklamation wählen, bitte die grüne Karte, sollte jemand geheim wählen wollen, die orangene Karte. Ja, ich sehe zwei orangene Karten, drei und damit müssen wir geheim wählen. Hallo, Gregorio. Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe ein Mikro, du nicht. Genau, ich wiederhole dich einfach. Was der Gregorio ganz einfach sagen wollte ist, in diesem Fall gilt nicht die EU, sondern Gesetze. Und da steht drin, dass im Fall einer Personenwahl bei Widerspruch einer Person geheim zu wählen ist. In dem Fall waren es drei Personen. Also müssen wir geheim wählen. Bitte? Das kannst du gerne machen. Ich gebe das mal weiter. Zweimal. Gut. Ich mache das jetzt als Proxy. Es geht der GO-Antrag auf Wiederholung der Abstimmung hier um. Zweimal gestellt. Den gibt es in diesem Fall aber nicht. Punkt. Es gab nämlich keine Abstimmung, sondern eine Abfrage. Es ist eine Abfrage und da jemand auf eine geheime Wahl bestanden hat, müssen wir in diesem Fall geheim wählen. Er hat die Frage falsch formuliert. Ich habe ihn ja jetzt korrigiert. So, wie weit ist unser Wahlleiter? Dann müssen wir einen neuen wählen. Er muss noch weinen. Der Parteitag hat entschieden, er will einen Block. Und deswegen wird er einen Block. Und dann wird er einen Block. Dann bitte das mal. Dann bitte das mal. So, der Wahlleiter ist da. Haben wir ein Ergebnis? Und bitte dann noch mal etwas Ruhe einkehren lassen, damit wir das Ergebnis auch mitbekommen. Darf ich den Wahlgang 8 bitte noch mal auf dem Beamer haben? dann bitte das auch mitbekommen. Ja, du kannst jetzt auch mitbekommen. So, das Amt des stellvertretenden Polgev wurde gerade eben gewählt, ich habe ein Ergebnis. Als Kandidat hat sich Sascha Ruschel aufstellen lassen bzw. mit 20 Unterstützerunterschriften hier vorne abgegeben. Das Ergebnis bei 239 akkreditierten Piraten, 128 abgegebenen Stimmen, 128 gültigen Stimmen, fangen wir von unten an, fünf Stimmen, 3,91 Prozent, empfehlen auf Nein. 115 Stimmen, 89,84 Prozent, empfehlen auf Ja. Sascha, komm bitte nach vorne. Applaus Die Frage habe ich noch nicht gestellt, deswegen stelle ich die Frage jetzt. Lieber Sascha, die Versammlung hat dich zum stellvertretenden Polgev gewählt. Nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an, ich freue mich total. Vielen Dank. Applaus Okay, dann haben wir jetzt einen stellvertretenden Polgev und ja, dann übergebe ich jetzt dem Wahlleiter gleich weiter für die gewünschte geheime Wahl der Kassenprüfer. Geheime Wahl der Kassenprüfer. Gut, ihr möchtet eine geheime Wahl der Kassenprüfer haben. Gut, so sei es. Dann würde ich sagen, da sich die Kassenprüfer bereits vorgestellt haben, treten wir hier oder schreiten wir direkt zur Wahl. Ich hätte gerne meine Wahlhelfer direkt an die Urnen, da wir, Leo, da wir nur noch 128, 130 Teilnehmer haben, würde ich vier Wahlurnen, eine wegnehmen, weil wir auch nicht mehr so viele Wahlhelfer haben. Dann lassen wir die vier raus. Die anderen Wahlhelfer können ja unterstützen und auswechseln. Gut. Gebt mir zwei Sekunden, bis meine liebe Leo das hinten alles organisiert hat. Da fällt mir gerade ein, wurde ich gestern gebeten, nicht für das Protokoll. Die Kandidatenlisten bei Leonore und mir für die Ämter der Freundin beziehungsweise des Freundes sind weiterhin offen und können besetzt werden. Wie gesagt, nicht für das Protokoll. Darauf wurde ich gestern hingewiesen, dass ich das sagen soll. Wir haben eh Zeit. So. Nein, nicht mit Leo. Das ist Berufliches und Privates nicht vermischen. Gut. Da ich euch lange genug aufgehalten habe, sehe, dass meine Wahlurnen aber noch nicht so bereit sind, wie sie es sein sollten, sage ich noch die Stimmzettelfarbe an. Erstmal, die Stimmkarte ist weiterhin grün. Und, naja, ich würde sagen, ihr habt da einen Stimmzettel 11, der ist Flieder. Nein, ich habe gestern gewählt, das heißt Mauwe. Okay, dann ist der Mauwe. Wie dem auch sei, die Farbe passt nicht so wirklich, zumindest euch nicht, da ich da gerade eben einige Stimmzettel gefunden habe. Also, den Stimmzettel 11 in Mauwe könnt ihr einmal vernichten. Wir gleichen die Farbe des Stimmzettels der Stimmkarte an. Und zwar Stimmzettel 12 in grün mit der Stimmkarte Ja in grün. Jetzt kommen die Eisliebhaber. Es ist Pistazie, wie dem auch sei. Mir wurde gesagt von hinten, wir wählen en bloc. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier entweder Ja oder Nein anzukreuzen. Ein Ja für eine Zustimmung aller Kassenprüfer. Nein, ihr habt bestimmt, beziehungsweise die Versammlung hat bestimmt, dass en bloc gewählt wird. Das heißt, alle Kandidaten in ... Welcher Kassenprüfer steht an einer Urne? Wo ist Norbert? Winke doch mal. Wo ist Norbert? Okay. Ja. Weil alle Urnen sind soweit voll. Ich hab schon ... Nein, ist okay, alles gut, Norbert. Du stehst nicht an einer Urne, von daher ... Wie gesagt, alle Urnen waren mit den zur Verfügung stehenden Helfern, die nicht für diese Wahl geeignet sind, die nicht auf dieser Wahl aufgestellt sind, besetzt. Ähm, ja, Florian. Kannst du bitte noch mal klarstellen, weil hier geistern die übelsten Theorien gerade durch die Gegend, wie man in diesem Wahlgang korrekt zu wählen hat? Kann ich. Also bei den Theorien, die ich hier gerade gehört habe, kriegen wir sonst gleich ganz viele ungültige Stimmzettel. Stell das bitte noch mal klar. Gut, mach ich. Ihr als Versammlung habt eben bestimmt, dass die fünf Kassenprüfer, die zur Wahl stehen, nicht einzeln gewählt werden, sondern en bloc. Das heißt, ihr wählt hier das ganze Team der Kassenprüfer. Somit habt ihr die Möglichkeit, ein Kreuz bei Ja zu machen, wenn ihr alle haben wollt, oder ein Kreuz bei Nein zu machen. Ein Kreuz bei Ja wählt alle Kassenprüfer, ein Kreuz bei Nein wählt keine Kassenprüfer. Ein Lehrerzettel erhöht das Quorum. Ja, aber unterm Strich. Und das Quorum ist natürlich bei 50 plus 1. Wie dem auch sei, wir sind bereit. Meine Wahlhelfer stehen da. Diese zeigen euch die leeren Urnen. Auch die Wahlurne 2 mit unseren lieben Möge bitte zeigen, dass sie leer ist. Perfekt. Dann schließt bitte die Wahlurnen. Nachdem ihr das gemacht habt, sehe ich, ihr seid bereit. Leo, bist du auch bereit? Vielen Dank. Dann eröffne ich hiermit den Wahlgang. Liebe Wahlhelfer, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hätte aber gerne meine Karte bedanken. Ja. Ja. Komm. Mach ich jetzt. Kriegst du jetzt? Wer fehlt denn noch? Ja. 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 Herr Pri organizer. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Ja, der ist, Und ich dachte, was ist, kann man kann, unüblich, Ersatz, Ersatz, sehr gut gut, mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt. Mit piratigen Grüßen, André Lefebvre. Und ich stelle für Fragen zur Verfügung. Gibt es Fragen? Ja. Bitteschön. Erste Frage. Du hast dich für eine sehr schwierige Aufgabe gemeldet und dafür danke ich dir zunächst. Ich nicht. Die Frage ist, ein Kapitalist und ein Kommunist stehen auf einem Stück Land. Der Kapitalist sagt, das ist meins und der Kommunist sagt, Menschen müssen teilen. Das kommt zu einem Streit und der Piratenpartei, wie entscheidest du, wer recht hat? Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die das Bundesschiedsgericht beantworten muss. Das ist eine Frage. Würde ich jetzt mal sagen, dass diese Frage nicht zulässig ist. Du bist nicht mehr dran. Gibt es eine weitere Frage? Du bist nicht mehr dran. Gibt es eine weitere Frage? Komm nachher zu mir. Ich gebe dir dann meine Antwort, nicht die von André Lefebvre. Ich bin ja hier nur Proxy. Okay, dann haben wir die nächste Vorstellung. Mirko Pauli. Mirko, bitte auf die Bühne. Ah, Proxy ist unterwegs. Ja, schöne Gespräche. Grüße von Mirko Pauli. Er kandidiert als Ersatzschiedsrichter für das Bundesschiedsgericht, macht diesen Job schon in Niedersachsen als Völlerrichter. Und da wir in Niedersachsen deutlich friedlicher geworden sind, als wir mal waren, wir tun zumindest so, würde er halt eben bei Bedarf das Bundesschiedsgericht unterstützen wollen. Er kommt aus dem Harz. Fertig? Okay. Fertig. Ja, gibt es Fragen, die ihr irgendwie stellen möchtet? Genau. Ja, ich sehe da eine Frage am Mikrofon. Bitteschön, kannst du auslegen. Warum ist der Kandidat nicht selbst anwesend? Er hatte da jemandem zu Hause etwas versprochen. Soll die Piratenpartei Teilhabe für alle Menschen ermöglichen oder nicht? Auch das ist irgendwie keine Frage, die irgendwie mit dem Schiedsgericht jetzt zu tun hat und die auch ein Proxy schlecht beantworten kann. Weil ein Schiedsrichter soll jetzt nicht über das Programm der Piratenpartei entscheiden, sondern soll Streitfälle lösen. Okay, haben wir weitere Fragen? Nein? Dann sind wir mit der Kandidatenvorstellung durch. Was macht unser Wahlleiter? Wie sieht es aus? Wahlleiter? Okay. Fummel? Ja. So, ich mache das mal von hier. Nur mit kleinen Ohnenklarheitenaufkommen. Der Wahlleiter hat uns signalisiert, er braucht noch eine Minute. Dafür lohnt sich jetzt nicht, irgendwas anderes anzufangen. Sobald wir ein Ergebnis des vorangegangenen Wahlgangs haben, machen wir mit diesem Wahlgang weiter. Und im Anschluss machen wir dann mit den restlichen Anträgen noch weiter. Nur damit hier keine Unklarheiten herrschen. Er bewegt sich auch langsam schon. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein Ergebnis hat. Hat er? Gut. Wie gesagt, wir machen danach direkt mit dem nächsten Wahlgang weiter. Also hier weiß ich? Ja. Also hier sehen wir, ähm, wie gesagt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.